Ah, danke Sascha, Bruder, bester Mann, ich küsse dein Herz. Bandoleros for life, du weißt Bescheid. Ähm, ja, auf jeden Fall, Bruder, hört auf mit meinen Gefühlen zu spielen, Land. Wallah, wenn ihr mich immer verarscht, das tut schon, das verletzt einen schon, Bruder. So, weil ich glaub das ja, weißt du, mein Vertrauen ist ja... Ding, ja, ne, ich ver... und dann kommt da irgendeiner von... irgendeiner von Seite und macht sowas und dann glaubt man das. Das ist schon traurig, Jungs, Spaß beiseite, Wallah, sowas gehört sich nicht. Ich verarsche euch ja schließlich auch nicht. Ich verarsche euch ja schließlich, hab ich euch jemals verarscht? Aleyküm Salam gegen Memo, was geht ab? Hört auf jetzt, Spaß, Bruder, ich küsse dein Herz. Sascha, wie lange bist du heute da? Nimm das als Umarmung, ich küsse deine Augen, Bruder. Eins bis zwei Uhr. Okay, Bruder, gut. Ich kann heute eh nur bis ein Uhr. Memo, ja, richtige... Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Ja, du meintest, Fahrrad stirbt? Nee. Musik 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 Switch Shake-Up an dem Morgang, ich seh nichts mehr, wartet kurz Bruder, Wallah, ich muss, ich muss, glaube ich, IT stu... Warum schlägt der an, was geht mit dem ab? Berück dich jetzt, Salami Wartet, Jungs, ich seh kurz nicht, was ihr schreibt Warum 31er? Enes, danke für dein Prime-Abo, Bruder, ich küsse deine Augen Wallah, Sascha Warum 31er, lad? Wegen 1 Uhr Wegen 1 Uhr Vielleicht, ich mach schon länger, wie 1 Uhr Nämlich bis 1 Uhr 5 So Äh, was haben wir? 150.000 Chips verkaufen 150.000 Schmeckt Kommt heute Mustang, ich weiß es nicht Bruder, Sanke Die GTA-Lautstärke ist mir ein bisschen zu leise, Digga, ja? Oder kommt mir das so vor? Ja, doch, die ist Geräusch-Lautstärke, lauter Ausgabe Stereo Ausgabe Stereo Kopfhörer Schau mich nicht so an, bevor ich dich auch ficke Was? Was hast du gesagt? Halt deine Fresse, lauf weiter bevor ich dich noch ficken muss Ich ficke dich Ich ficke dich Ey, was ist denn, Mann? Lass mich doch einfach mal in Ruhe, Mann, was ist los mit dir? Hey, hier am Würfelpark ist einer, der sagt, der kommt von dir, dass der mich ausfragen soll für dich Hey, was ausfragen Stopp, Mann Stopp, stopp, breaking news Ähm, sag ihm, der soll sich abmachen, scheiß auf den Er sagt, du sollst dich abmachen, scheiß auf den Das war's wohl mit eurem Geschäft, ja Ja Also, ciao Hau rein Was für Date, Lan Was für Date, Olem Äh Auf 693 Dollar und 78 Cent, Bruder 873, Bruder Pfff, und jetzt nochmal hier 150.000 Dollar Oh, wir nähern uns der Millionen, Lan Wir nähern uns der Millionen, Lan Komm, Bruder, jetzt kann ich auch hier mir erlauben, mit 2.000 Dollar hier rumzulaufen Was ist das für eine Musik, Lan? Das ist doch Lady Gaga Einfach Lady Gaga läuft Black 8 P's 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 Kommt da mir einer an, der hat fast dasselbe Auto wie ich, Lasselami, was ist los mit dem Kelp. Es gibt nur einen Urus in der Stadt, nicht mal einen Tourus soll es geben. This car is on fire. Hamza seins. Ups. Was sieht dir, da ist Polizeiland? Sascha übrigens, Bruder, wie gefällt dir die neue Grafik, Bruder? Schau mal, wir haben ganz andere Grafik-Vibes, Bro. Arme Hamza. Ja, Bruder, soll sich heute keinen Tourus holen. Schau mal, die Lichter gefallen mir voll, Bruder, bei diesem Grafik-Mod. Schade, ist keiner da. Ey, was geht? Was geht, wer bist du? Naomi. Ah, Naomi, was geht, Bro? Bin nicht viel bei dir. Auch nichts, was machst du? Also, hier ist keiner mehr. Warum? Ah. Sascha, das war für dich, Bruder. Das war für dich, Bruder. Der war für dich. Hey, der. So. Taxi sind zwei. Ich werde euren Plan jetzt denen Cops vorsingen. Keck weh. Muhtar, meld dich mal. Meld du dich mal. Memo. Was geht, was geht? Was machst du gerade? Ich bin gerade im Casino. Äh, weiß nicht, was mit Red Light ist. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Muss ich kurz gucken. Warte, äh, wen wollte ich anrufen? Ist Jaffa, ist Jaffa da? Weiß es einer von euch? Yo, 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 Cousin. Was geht ab, Bruder? Wie geht's dir? Hey, was geht ab, Homie? Wieso gibt's Red Light Crew nicht mehr, Lan? Wo treibst du dich rum, Mann? Bruder, ich bin gerade unterwegs. Wo bist du, Jaffa? Ich hab dich auch gesucht, ja? Wo bist du, Bruder? Wo bist du? Mach mal hier nicht wie auf... Wie Frauen, die so erste Dinge immer der Frage ausweichen. Wo bist du, Bruder? Ey, Cousin, ich hab mir krasse Klamotten geholt, Alter. Bruder, wo bist du? Ich komme im Würfelpark, wenn du willst. Hm. Ja, okay. Ich komme im Würfelpark. Ich komme auch da hin. Aber unten, Tiefgarage. Okay, okay, bis gleich. Bis gleich. Was geht ab, Hottame? Bis gleich. Boah, ich... Hallo. Rocco oder Miami? Hallo? Miami hier, Kollege. Miami, was geht, Bruder? Was geht, mein Bruder? Was geht? Wo bist du, Bruder? Was geht? Ich bin hier gerade, äh, umziehen am PD, hier am Shop. Okay, Bruder, schau mal. Ich war gerade bei der Red Light Crew, okay? Und da war niemand. Warum war da niemand? Ich hab auch Naomi gesehen. Naomi hat gesagt, hier ist keiner mehr. Aber, Bruder, weißt du, dass ich auch nicht mehr bei denen bin, Mann? Verdammte Scheiße, Miami. Was hast du gemacht, Miami? Warum? Bruder, mich haben wir die Straßen zu sich gezogen, Mann. Du weißt doch, meine Wurzeln waren schon immer bei der Hott, Mann. Scheiße, Bruder. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin hier der Bikefahrer, Mann, aber... Ach, nichts, Bruder. Drauf scheiße, Mann, verdammte Kackle. Mir geht's gut, Mann. Ich komm, ich komm, ich hol dich ab, ich hol dich ab. Wo bist du, wo bist du? Ich hol dich ab. Ich bin hier am PD beim Kleidungshop. Okay, ich bin gleich da. Bis gleich. Bis gleich. Ähm, Krasa Serra. Ja, schauen wir mal, Bandolero ist doch da. Jungs, was meint ihr, was soll ich für Mustang, wenn ich Mustang hole, für eine Farbe machen? Jo, Bro. 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 Bruder. Was ist das für eine Kutte? Brot. Äh, was geht ab, Alter? Was geht ab, Alter? Na, du, Bro. Ich schau mal, ja. Was geht, Bruder? Was macht ihr? Hey, Faro, bist du's? Ja, ja, ich bin's, Bruder. Warte. Komm, park mal. Oh, schönes Ding hast du da. Danke, Bruder. Ich hol kurz, äh... Ich hol kurz... Kleiderladen. Rust suchst du mein Sammy? Ja, ja, ich hol ihn kurz ab, dann komm ich, Bruder. Bist du hier? Ja, ja, da ist so ein Francesco, der fuckt ab. Ich stech ihn jetzt ab, Bruder. Ich stech ihn kurz ab, dann komm ich. Ah, scheiße, wieder geblitzt. Äh, Halid? Keine Ahnung. Limettengrün. Ja, wir schauen mal. Ja, das ist mal ohne. War gut, hast du Bargeld bei dir, mein Bester? Boah, Bruder, wie viel brauchst du? 100 Dollar, verdammte Scheiße, Mann. Hier krieg ich hier auch wieder? Ach, scheiße, Mann, ich bin im Minus, verdammte Kacke, ich muss zur Bank. Wie viel brauchst du, wie viel brauchst du? 2000, Mann. Du weißt, mir geht's gerade nicht so gut, Mann. Bruder, ich hab 2700 Dollar dabei, aber ich brauch das Geld wieder. Ich geb dir 2500 zurück, Mann. Okay, ich hab dein Wort, ne? Ja, normal. Okay. Was geht ab? Schönen Sie, Ronny. Oh, moin. Ey, Jungs, hört mal. Warte, komm mal kurz, ich geb dir das Geld. Big Game, ich küsse doch deine Augen, Bruder. Ich küsse doch deine Augen, Bruder. Ich küsse doch deine Augen, Bruder. Danke für dein Super-Auto, mein Bruderherz. Für deine fünf Abos. Big Game 95, der aller Echte. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du bist auf jeden Fall Osthoc. Ich bin Jürgen Beißer und I'm fuck your wife, long dick style. Ich muss mich mal jetzt hier kurz umziehen, Jungs. Macht mal hier... Regt mich nicht auf, sonst muss ich euch alle noch abstechen. Chillt mal kurz euer Leben. Hör mal zu, Farut. Ich steche gleich die Reifen von deinem Urus ab. Bruder, wenn du Urus-Reifen abstichst, dann ist offiziell Krieg eröffnet. Ja, das ist ja kein Problem. Mal gucken, wie du so gegen 30 Mann ankommst. Bruder, du kommst mir mit 30 Mann. Ja, und du kommst mit 30 Mann. Ich komm alleine. Ja, genau. Richtig, genau. Ich komm alleine und bin 30 Mann. Ja, genau das wollte ich eigentlich hören. I'm Tarborn and I'm fuck your guy. Boah, Bruder, das sieht aus wie das Oberteil von Vin Diesel. Ich mein's ernst. Too fast, Too Furious 2. Ja, ja, das ist echt. So, Jungs, ich bin auch mal Zeit. Es wird Zeit für Klaue Bokrones. Klaue? Ja, es wird Zeit jetzt. Das reicht. Bruder, Chima, ich muss mal hier kurz einen guten Oberteil finden. Damit wir auch hier ein bisschen... Ey, Jürgen, bist du dabei? Was denn? Sag einfach nur, ob du dabei bist. Ja. Okay, das wollte ich hören. Aber die anderen auch hier, ne? Hey, Mann, Bruder, gib mir mal nicht hier... Verdammte Scheiße, Mann. Bruder, willst du dir was ausmachen, wenn ich einen deiner Jungs vielleicht absteche? Ich will nicht gehen. Verdammt, ich will auch nicht. Oh, yeah. Ich bin's. Guck mal hier, ich bin's. Der Wolf. Nostoyer Wolf. Ah, Blatt. Ich bin auch ein gut schmeckster Blatt. Ey, Jungs, Jungs. Komm mal ein bisschen runter jetzt hier. Wir sind alle auf Nase. Ja, ja, ja. Guck mal, wir haben den Ronny Panzer dabei. Der größte Junkie von Los Santos. Ronny Rocket? Ja, Ronny... Ronny Rocket, bester Mann, Alter. Ich kenn ihn nicht. Ist ein guter Freund von mir. Ja, ja, ja. Der ist auch ein guter Freund von mir. Der nennt sich auch Shirdanji Ronny, Bruder. Ja, mein Besse. Genau, das ist der. Das ist leider ein bisschen, ne? Bisschen runtergegangen, Leute. Ja, richtig. Ja, und nennst du dich nicht mehr Shirdanji Ronny? Doch, doch, aber das Business ist runtergegangen, mein Besse. Was für ein Business, Bruder? Was war das für ein Business? Ich wollte Versicherungsverkaufen, heute. Ja, ich wollte Versicherungsverkaufen, Mann. Mann, ich brauch Geld, Mann, verdammte Scheiß. Ich muss irgendwas verkaufen, Mann. Wer verkauft doch Shirdan, Bruder? Das lief doch gut, das Geschäft. Ja, ja, ja. Alles recht, Mann. Alles recht, Mann. Was hast du gemacht, Bruder? Ich muss mich um den Stand kümmern, Mann. Bruder, du hast dich echt verändert. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Jeder sagt das. Jeder sagt das, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Zapat hat das auch gesagt. Aber na, überall kommt Melodie. Big Game. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deine 1050 Bits, mein Bruder. Vielen, vielen lieben Dank. Und Happy Birthday. Oh, ich habe mitbekommen, du hast Geburtstag. Nein, Bruder, habe ich nicht. Big Game. Danke für deine 1050 Bits, mein Bruder. Und Yasin, danke für dein Abo. Kann leider nicht so viel in deinem Stream schauen, aber weißt auch, dass du ein Abo verdient hast. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Hey, Jürgen, wo ist das LA Lakers Trikot, Bruder? Weißt du, wo das ungefähr ist? Oh, das fragst du mich, ne? Das sage ich dir, wie es ist. I have no idea, man. Du musst doch wissen, wo das LA Lakers Trikot ist, Alter. Ich habe das gesehen. Ich habe das irgendwo gesehen, dass du mal noch LA Lakers anziehen kannst. Ich habe es jetzt gerade bei dir gesehen, glaube ich, aber... Hör mal, mein Lieber. Ich bin kein Freund der Gewalt, ne? Aber das geht langsam hier zu weit. Schönen mal, Bruder. Ich muss ganz kurz LA Lakers Trikot finden. Boah, das sieht auch geil aus. Das hat Drip. Ja, aber unten hängt Kleid raus. Ja, das ist ja egal. Bruder, du verstehst das nicht. Du hast keine Ahnung. Du bist ein Nichts, Bruder. Du bist einfach nur Müll. Aber ich bin jemand, der hat es in weitem Leben geschafft. Und das hat auf jeden Fall viel Potenzial, weißt du? Du bist, du bist so, Bruder, du bist halt einfach ein... Wie sagt man das? Ah, du bist halt ein Bastard. Weißt du, du verstehst das? Also ich bin kein Freund der Gewalt, Nikita, ne? Aber hätte er das zu mir gesagt, ich bin dein Freund der Gewalt, Nikita. Spaß, Mann, Spaß. Weißt du, was heißt? Weißt du, was das heißt? Bastard. Stopp, man. Stopp, stopp, breaking news. Ich weiß, Bruder, ich kenn den schon, ich weiß schon. Ich küsse dein Herz. Danke für deinen Euro. Ich kenn den schon. Ich hab dir gesagt, wenn du die Leute hier weiterhin abwackst, dann pfeff ich dir den Ellbogen rein. Lass mich verstanden. Danke, Bruder, jetzt für deinen Support. Mann, Alter, ich fick deine Taschen hier mal nach Räumen. Ja, Mann. Hey, Wallah, ich schieb mich hier nicht raus, Mann. Wartet mal, Mann, ja? Wallah, was ist das, Bruder? Ja, einer kommt von der Seite, der andere kommt die ganze Zeit vor mein Spiegelbild. Ja, das ist fast eine Gangbang-Party, ne? Ja, das ist fast eine Gangbang-Party. Aber hör mal, gut, Farod. Ja. Ich glaub, die haben dein Creek-Parfüm gerochen. Ja, und die wollten da mitmischen. Mitmischen? Ich schau nichts mehr, die Schleimhäute sind weg, mein Besser. Deine Schleimhäute sind sowieso weg, du bist nur am Natzen. Ja, 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 Roni. Aber so muss das, mein Besser, ne? Ja, wenn du sagst, dass du es so musst, dann ist das so, ne, mein Lieber? Ja, aber ich sag dir, das muss nicht so sein. Ja, guck mal, Jürgen, du. Ja, richtig. Roni, wie finanzierst du eigentlich deinen Konsum? Erklär mal, bitte. Ja, mein Mütter ist nur am Blasen. Boah, das sieht gut aus. Das ist alles in der Mülltonne drin, mein Besser. Mal hat er mal was Gutes zum Essen, mal nicht. Guck mal, den Trainingsanzug. Der hat auch noch rausgefischt, ne? Das sieht gut aus. Danke, mein Besser. Das sieht gut aus, ne? Blau? Blau oder schwarz? Blau oder schwarz? Also, ich sag ehrlich, das Blaue hat RIP, Bruder. Lila? Lila, wo gibt's doch gar nicht? Lila? Nein, Lila ist diese Rose, macht alles kaputt. Oder das hier, Lila? Lila, also das Lila. Schwarz oder blau? Blau. Okay. Okay. Ich mach so, ja, ich mach Lila, Bruder. Weil Blau hab ich zu oft. Ich hab ein Oberteil, das ist auch noch mal blau. Ich nehm das hier. Lila. Das passt schon. Und weiße Schuhe. Scheiß drauf, ich mach einfach so, Bruder. Weiße Schuhe. Ja, das sieht gut aus. Lila. So, ein Anzeichen vom Banner ein bisschen. Lachs-Packa, gib mir. Okay, come on. Er ist ein Widerbürger. Nee, wir rippen jetzt ein paar Leute. So, schönen Tag noch, mein Äste. Hau rein. Außer wenn man muss auswählen. Scheiß drauf, Bruder, ich mach so, boah, das Hoodie sieht geil aus. Ich seh darin auch breit aus. Was mit Mustang? Ich weiß nicht. Verdammte Scheiße. Bandole, ich weiß nicht, Bruder. Ich muss mal gucken, ob die Jungs überhaupt kommen, weißt du. Also, ich bin ja da. Ich bin ja da. Komm mir nicht nochmal so dumm, bevor ich dich das nächste Mal ficken muss. Was ist los mit dem, Alter? Bruder, warum kommt hier Musik, lan? Ah, Gucci Gang. Hört sich gut an. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Mhm, sieht gut aus. Ich will mein bisschen nicht. Gucci Gang, Gucci Gang. Ja, ist gut, ist gut, gefällt mir. Richtig. Komm, geh ins Auto, Jungs. Was macht ihr? Gar nichts, wir gehen im Würfelpark, paar Leute bearbeiten. Kommst du mit? Ja. Komm. Skull Gang. Was ist das? Warum? was geht bruder wie geht es dir mir geht es auch gut oder was machst du ich bin gerade am würfelpark bro ich bin grad hier hier sucht gerade jemand bank coins zu verkaufen komm mal schnell der kommt jetzt der kommt jetzt oder alles gut ich klär das ich klär das ich vertrauen mir bruder bruder was das bruder von wo hast du das auto bruder was das für ein auto alter bruder ich sag dir ehrlich das ist schau mal ich bin ja ein bandolero und ich bin ja ich bin straßen racer und ich habe mir heute wahrscheinlich gedacht wir machen tuning treff und vielleicht auch mal vorbei bruder vielleicht auch mal vorbei bei dem tuning treff vielleicht weißt du es kommt auf den fahrer drauf an nicht auf die karre am sandyshows flughafen gibt viele leute bescheid da wird es ein tuning treff geben und vielleicht schaust du mit einer karre vorbei vielleicht fahren wir um fahrzeugpapiere das ist der interesse okay dann sagt ein freundin bescheid warte wie viel haben wir jetzt 23 uhr 50 um 0 uhr 0 uhr 18 ist die tuning treff am sandyshows flughafen 0 uhr 18 wir sehen uns da von jaffa wir müssen jetzt organisieren kommen bruder ich bin hier bruder nilsson 94 küsst sein herz bruder dank für deinen gönner wo mein bruder wo du was das für ein autoland mustang ich brauche sein auto modok wie viel uhr haben wir gesagt 3 0 uhr 0 uhr 18 hey was geht bruder oder hörst du mich ich muss kurz ansage machen moment auf die flughafen hört mal zu ganz würfelpark hier kels um 23 uhr um 23 uhr 20 kommt sandyshows flughafen da gibt es ein tuning treff um 23 uhr 20 äh ne 0 uhr 20 scheiß auf den tuning treff 0 uhr 20 0 uhr 20 sandyshows flughafen seid alle pünktlich gefasst alles gut hey 0 uhr 20 0 uhr 20 tuning treff hört ihr zu ihr kels hallo jürgen warum versteckt ihr euch in den gebüschen vor den polizisten warum macht ihr denn gleich 0 uhr 20 0 uhr 20 haut nicht vor der polizei ab 0 uhr 20 sandyshows flughafen ey jungs alle hier zusammen der fahrut ist ein 31er pass auf so jetzt muss ich nochmal kurz werbung machen ey fahrut ja was ist denn hier los bruder geh mal lass mal kurz live im vader richtig und geh auch auf twitter alles 0 uhr 20 ist tuning treff was für ein tuning treff was soll das sein oder das ist wir suchen gute fahrer wir wollen eine aktion plan dazu brauchen wir gute fahrer bruder mhm you know what i mean i know what you mean ah scheiß jetzt wurde ich geblitzt egal ob du fährst uruspo ich muss ich muss mir den mustang gewinnen bruder gibst du mustang ich will mal mit einem fahren und mustang komm her mach du auch ah warte wie viel geld habe ich 183 äh muhtar warte muhtar ist doch hier äh will auf ne bruder also ich würde dir pentagon empfehlen ist okay macht spaß macht spaß wo war das nochmal ja das war nicht hier das war woanders wo war das nochmal wo war das nochmal wo war das nochmal ja ah hier pfff 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 0 uhr 5 15, Tuning, Treff, Sandy, Schoss, Flughafen. Wir suchen gute Fahrer. Fahr oder stirb. So einen auf Vin Diesel noch, weißt? Ich muss noch warten, so lange gehe ich kurz aufs Klo. Stirb, wie habe ich stirbt? Geschrieben habe ich. Ach so. Wir müssen hier kurz warten, dann gehe ich so lange noch mal kurz aufs Klo. Ja Jungs, ich habe sehr viel Wasser getrunken, verzeiht mir, ich werde heute noch oft aufs Klo gehen. Sehr stark, ich küsse dein Herz. Flughafen falsch geschrieben, Omega 0. Ich bin gleich da, guten Rutsch, Dankeschön. Ich bin gleich da, guten Rutsch. Geht dir das mal um das Radium zu drehen? Danke, bitte. Das war's für jeden Tag. Hey, 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 hey! Motherfucker! Oh, der ist langsatz! Ey, was muss ich hier, bräuch? Die Maschine. Jetzt geht es um Humphreich zu hohen, um die Maschine zu schicken. Die Maschine, die Maschine zu die Maschine zu finden wird. Komm. 기억ige Musik. Was ist denn? Stefan. Die Maschine ist die Maschine zu Beginn. Ist bitte so gut. Was geht, Murtad? Was geht, Bro? Nichts, Bruder, ich mach Tuning-Treff, weißt du, ich möchte eine Aktion planen und wir brauchen gute Fahrer, willst du da mitmachen? Gute Fahrer oder gute Autos? Gute Autos und gute Fahrer. Ja, ich hab beides, ich bin dabei. Was geht, wo bist du seit Tagen, ja? Bruder, ich hab viel zu tun, ja, ich hab, äh... Ich hab jetzt Dinge gehabt, Bruder. Transkendor. Transkendor, diese Coins, Bruder. Kennst du die Trans... Transcoiner. Genau, so hießen die, Transcoiner. Ja, die tust du umändern, Bruder. Also, du hast ja normale Coins. Ja. Und dann kannst du die umändern, also... Wie heißt das? Genau, so heißt das, genau. Und dann kannst du umändern und dann wird, äh... Zu anderen Coins. Das heißt, wenn zum Beispiel du einen Fehler hast, die Coins gehen runter. Dann kannst du nochmal kurz umändern, dann kannst du nochmal dribbeln, weißt du, Bruder? Ja, wie... Äh... Äh... Investierst du an der Börse? Nee, nee, ich mach das. Ich bin doch nicht blöd, Bruder. Das geht dem Bach unter. Wie Flüsse. Tuning-Treff 0.15.10. Die Chance. Äh... Flughafen. Wir suchen gute Fahrer. Punkt. Fahr oder stirb. So. Okay, let's go, Bro. Ach, scheiße. Nullu-Assig. Egal. Wie sieht's aus? Hast du schon ein paar Freunde von dir gefunden? Äh... Äh... Wie meinst du, Freunde? Du hast mal erzählt, du suchst ein paar Freunde von dir. Wie meinst du... Achso, nee, nee, noch nicht, Bruder. Noch nicht. Das dauert noch. Tuning-Treff 0.15. Wir suchen gute Fahrer. Wie viel Likes hast du durchschnittlich? Ach, Bruder. Keine Ahnung. Mein Account wurde wieder gelöscht, Alter. Jedes Mal löschen die meinen Account. Diese Kelps. Jedes Typ wie ein ITler. Gute Fahrerinnen. Ah, scheiße. Hab ich auch vergessen. Hey, Jungs, kommt an Sandy Shots. Hey, Jungs, wartet, wartet. Lasst mal Rennen machen. Lasst mal Rennen machen. Kommt ihr nicht zum Tuning-Treff? Hallo? Mach mal kurz die Musik aus. Mach mal kurz die Musik aus. Sollen wir kurz noch Würfelpack-Werbung machen? Könntest du gerne machen. Komm, wir gehen in den Würfelpack, machen Werbung. Warte, wer als erstes Würfelpack ist. Warte. Warte, warte, Bruder. Ich muss kurz schauen, wo das nochmal war. Ja, richtig. Und jetzt gewalt, weil er will fassen. Okay. Ich mach runter. Drei, zwei, eins. Guck, der fahrs. Ja, aber egal. Der kann nichts machen. Fahr schneller. Fahr schneller. Jetzt habe ich auch gute FPS, Bruder. Jetzt kann ich gut fahren. Bruder, keine Chance gegen mich, Alter. Bruder, ich sag dir ehrlich, Alter. Wir sind die Top 1. Ich weiß nicht, wie ich in deinem Auto kam, aber gut gemacht habe. Nenn mich Farut Schumacher. Was? Du bist Schumacher? Ey, was schreist du so, Mann? Ey, dann kannst du meine Schuhe reparieren, wenn du Schumacher bist. Ey, Tuning-Treff um... Postet mal bitte alle auf Twitter. 0.15 Uhr Tuning-Treff. Wo denn? Scheiß Auto, Bitch. Äh, Sendyschutz-Flughafen. Sendyschutz-Flughafen. 0.15 Uhr. Ja. Was mit Mustang? Ich mach gegen den Mustang-Rennen, Bruder. Um Autopapiere. Ich gewinne wahrscheinlich. Wenn ich... Ist der Mustang schnell? Weiß das einer? Nicht, dass der meinen Urus abzieht, Lan. Nicht, dass der meinen Urus abzieht, Lan. Ja, er ist schnell. Dein Ernst? Der zieht dich ab. Egal, es kommt auf Fahrrad an. Es kommt auf Fahrrad an. Ey, 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 ey. Big Mama, war doch Spaß. Ey, wir reden doch. War doch Spaß, Alter. Ey, Jungs, Jungs. Natürlich war es Spaß. Hört mal zu. Hört mal zu, ihr Kelps. Ja, du Kelps. Hört mal zu. Äh... Alter. Hört mal zu, hört mal zu. Ähm... Lass uns... Lass uns... Da langsam zum Tuning-Treff fahren, Bruder, weil... Wir müssen gucken, weißt du... Wegen dort Atmosphäre und so. Alles klar, wer als erster dort ist? Oder warte, sollen wir wieder... Ah, scheiß drauf. Ich gewinne doch sowieso. Ist dein Auto nicht schneller? Was? Ah, scheiße. Ich habe Ausfahrt verpasst. Mädchen, warum redest du, während ich mich aufs Fahren konzentrieren muss? Wer ist denn alles im Auto hier? Hallo? Ich bin wach geworden, ja. Ich bin nicht immer in dein Auto eingestiegen, ja. Wer ist alles im Auto? Hallo? Ich bin... Ich bin jetzt... Hallo. Wer? John Wick. John... John Wick. John Wick. John Wick. Boah. Er macht den Weg frei, Mann. Neue Rechenschaft, ja. Er macht mal ab mit deiner Schnecke da. Äh? Äh? Ja, Celebi, wollte ich mich hier ficken. Das kommt auf den Fahrer an. Bruder, warum ist der so schnell? Das ist ein Weg. Warum ist der so schnell, Alter? Full Tuning. Bruder, der ist ja ab nochmal schnell, Alter. Boah, so ein Fahrrad. Nein, ich bin falsch abgehoben. Ich bin falsch abgehoben. Bruder, ich bin gerade unter Schock, Bruder. Schau mal, der ist... Nissan Skyline, aber trotzdem keine Chance gegen mich, Bruder. Hast du gesehen? Es kommt auf Fahrer an, Bruder. Es kommt auf Fahrer an. Aha, er kommt gefogen. Boah. Egal, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Einfach der... Bruder, aber Respekt, Mann. Wieso ist das Auto so schnell, Mann? Ja, das ist ein Nissan Skyline, Mann. Darf ich mal Probe fahren? Keine Ahnung. Alter, der sieht ja richtig geil aus, Mann. Ich will auch so ein Auto. Na, lass dich fahren, alles gut. Aber ey, Fahrrad. Ja? Vor den Kurven, ich gebe dir nur einen Tipp, abbremsen. Okay. Okay. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Bu ne lan? Ha siktir, moroook. Oha bura, tschüss. Ya moroook. Bruder, was ist das, Mann? Das ist doch nicht mehr normal, moroook. Bitte gebt euch mal kurz, Jungs. Spaß beiseite. Schau mal, der ist schon auf 200. 300. 300. Das ist keine Chance, Bruder. Das ist ein Monster, Mann. Das ist ein Monster, moroook. Alter, ich will den haben, moroook. Der ist geil. Der ist echt geil. Respekt. Das ist ein GTA, der ist auf jeden Fall echt krass. Was? Was hörst du das gesagt? Alles gut, Mann. Die sind Tals, dann kann ich sowieso nicht ernst. Hey, wo ist Luis, der Kelp? Du redest mit der Schlimmer aus. Du bist da hinten, mein bester Geil. Komm. Was meinst du? Ich schaust dir bis ab. Der Rene, der Rene. Was meinst du? Hey, Luis, Alter. Die Rene sind jetzt weg. Luis. Ja. Boah, der Mustang ist so geil, Bruder. Der ist krass, ne? Aber das ist kein Mustang. Natürlich ist das ein Mustang. Nein, das ist ein Mustang. Ich meine den hier, Bruder. Den, den. Da hinten. Ach so. Ich bin wohl gefahren. Bruder, was willst du für den GTA haben? Musst du fette. Ich verkaufe den nicht. Niemals. Bruder, der ist echt wild. Aber der Mustang ist auch geil. Wo ist denn der? Wo hast du denn? Da, da, hier, hier. Der Mustang ist auch so schnell. Ich weiß es nicht. Stopp, man. Stopp, stopp. Breaking news. Okay, alles klar, Lok. Okay, mach ich gleich an. Erinnere mich dran, Bruder. Ich hab schon lange nicht gesehen, Alter. Boah. Gesicht kennst du nix, hä? Du kleiner Mixer. Scheiße. Boah, Bruder, ich hab dich vermisst, Alter. Wie geht's dir? Das ist ein Fäger, Mann. Ich gucke mal, ich ziehe meine Maske vor dir ab. Das ist meine Kürze. Was geht, Bro? Bruder, ich sag ehrlich, Mustang ist anders, Morroc. Mustang ist anders. Musto, ist das dein Mustang? Ja, Bruder. Äh, Farut, mach voll Auge auf den. Ich hab mir neu bestellt mit unserer Kasse. Hab ich alles groß genommen, Gerd. Warte mal, Musto, ist das da jetzt echt dein Mustang? Ja. Bruder, willst du mich verarschen? Warum hast du einen Mustang, Alter? Ich will auch sein, Bruder. Wie hieß der? Ja, 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 aber jetzt nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ich hab mir vor zwei Wochen bestellt, Bruder. Das ist heute angekommen. Ah, Import, ne? Richtig, richtig. Ja, ja, richtig. Der ist krass, Alter, Mustang. Richtig, richtig. Der ist krass, Alter. Bruder, ich will auch sein, Mustang, Mann. Wie sollen wir um Fahrzeugpapiere fahren? Äh, ich weiß nichts gegen deinen Urus. Ja. Hm, ich weiß nichts, Bruder. Was fällt der? Bruder, wir machen, wir machen nicht Ding. Wir machen nicht Drag Race. Wir machen Kurve. Dankeschön. Dankeschön, mein bester Mann. Dankeschön. Darf ich mal kurz mit dem Auto fahren? Fangen wir ganz kurz mit? Nein. Oh, scho. Nein, nein, lieber nicht. Fangen wir ganz kurz mit? Nein, nein, lieber nicht. Fangen wir ganz kurz mit? Fangen wir ganz kurz mit? Nein, nein, lieber nicht. Boah, ich weiß nicht, Alter. Fangen wir mal kurz mit, Flieger. Das will fließen. Ich, okay, darf ich mit den Skyline? Nein, nein, du musst mit deinen Fahrzeug. Oh, oder ich weiß nicht, ob ich Chance habe gegen den Mustern. Guck mal, guck mal, hör mal die Soundgucken. Was ist für eine Karne, Mann? 360 Pärs. Eines wäre ein Unier. Scheiße. Oh, guck mal, was da durch ist, Jungs. Er weg, er weg. 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 Bruder, du hast, ich habe mich gerade verliebt. Ja, wartet mal, Jungs, schüttet mal kurz. Wir müssen ja das. Na, Bruder, scheiß auf fahren. Wir machen nicht, wir machen nicht Drag Race, Bruder. Wir machen Rundkurs. Guck mal, Jungs, das ist doch eine Tuning-Treffen, oder? Hier spricht man nichts um Höchstgeschwindigkeit. Genau. Aber wenn da mir einer mit Nuss kommt, und dann fliegt das Ding bis zum Nordpol, ja, da habe ich keine Lust drauf. Ah ja, jetzt machst du das, ja? Jetzt schümmere dein Leben los, bevor ich dich hier noch wegklatsche, du Kelp. Außerdem habe ich Hunger. Hat jemand was zu essen? Komm, Farut, komm. Warte, Bruder, warte, chill. Komm, zeig mal deine Eier. Komm, wir machen uns. Bruder, warte doch mal, ein Tuning-Treff erst frisches. Kommen noch Leute, Bruder. Danach machen wir Rennen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Boom. Boom. Wann fahren wir? Bruder, chill doch, Mann. 0.15 Uhr kommen die Leute. Ich kann doch jetzt hier nicht gleich abhauen, wenn die Leute kommen. Okay, wenn du meinst, dann lass uns Geld machen, die Erste kommen. Nee, Bruder, ich will den Mustang. Ich scheiß auf das Geld. Ich will den Mustang. 50.000, okay? Bruder, ich will den Mustang. Ich will nicht 50.000. Ich bin Millionär. Ich will den Mustang. Stopp, stopp, stopp. Breaking News. Ich gebe dir eine Million sofort. Nein, nein, für dich nicht. Ich mache nur... John, ich küsse dein Herz, Bruder. Wallah, vielen, vielen lieben Dank auch dir für deinen Support, Bruder. Ich küsse deine Augen. Grüße gehen raus an Locker, der Boss. Ja, richtig. Bruder, ich weiß nicht. Soll ich eingehen? Ich weiß nicht. Was, wenn ich dir eine Million zahle? Nein. Wer mir den gibt? Nein, nein, wenn, dann muss man... Wenn, dann müssen wir das schon ehrenvoll gewinnen. Hey, ich würde gegen ihn nicht fahren, Alter. Ich weiß nicht, dass du... Hey, lass mich mal eine Probefahrt machen. Ich weiß nicht, Bruder, ob ich machen soll. Nein, ey. Ich weiß nicht, Bruder, ob ich machen soll. Danke, vierte Wohlart, Bruder. Ich küsse dein Herz. Dann ist mein Urus weg, dann bin ich am Arsch. Achso, lass mich mal eine Runde fahren. Irgendwie würde ich nie mal fahren. Dann mache ich schon 50k. Ey, okay, pass auf, Musso, dann machen wir so. Komm, wir machen um 10.000 Dollar, okay? Komm. Machen wir 20.000, machen wir 20.000. Okay, komm, 20.000. Okay, was ist die Strecke aber? Äh, wir können... Hier ist doch die Strecke oder nichts. Na, Bruder, kein Drag Race, Bruder. Sollen wir direkt gerade oder... Okay, komm, wir machen so. Wir machen einmal geradeaus. Und dann machen wir einmal, äh... Ja, wir machen doch so. Wir machen einmal geradeaus, also Drag Race hier. Und dann machen wir noch einen Rundkuss um einmal, einmal Stadt. Ne, einmal hier Sandy Shot. Was passiert hier dann? Nein, wer schießt, wer schießt, wer schießt. Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Oh, der fuck, Alter. Wollen wir die wegballern? Nein, 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 schießt nicht. Okay. Nein, nein, nur wenn die uns angreifen. Schön, schön, schön. Sag mal, wie geil diese Sound-Effekte sind. Bruder, was passiert hier? Wer schießt gegen wen? Was ist hier wirklich? Keine Ahnung, Bruder. Was ist hier los? Bleib mal hier noch, bleib mal hier noch. Bleib noch hier. Lass die Ficke machen, die Ficke Luis. Aber wer denn, wer? Ich weiß nichts mehr. Keine Ahnung, die kam von hinten, war das nicht Jürgen? Jürgen war da mit jemandem... Nein, Jürgen ist dahinten, Jürgen ist dahinten. Das ist nicht Jürgen. Äh, wer sind die Leute, Alter? Die kommen einfach von der Seite, diese Kelps. Wir fährt da weg, wir fährt da weg, Jungs. Was passiert hier? Schnell weg, Bruder, schnell weg, komm. Bullen kommen jetzt. Ey, scheiße, Mann, ich wollte... Steig ein, Bruder. Steig ein, steig ein. Steig ein. Hey, Mann, Alter, ich wollte gerade um meinen Urus fahren, Mann. Was passiert? Ey, die haben die ganze Party versaut, dachte er. Wer war das, Bruder? Was passiert hier? Warte mal. Warte mal links, links fallen. Scheiße, das Luis, das Luis. Nimm mal Luis. Und er wird geschossen. Wähl dich, wähl dich. Wähl dich, wähl dich, wähl dich, wähl dich. Pass auf, Bruder, ich fahre ein bisschen langsam. Mach die Tür auf. Was hier passiert, Bruder? Ja, ich wollte gerade hier Tuning-Messe machen. Dann kommen irgendwelche Kelps und machen alles kaputt, Alter. Machen alles kaputt. Ich weiß nicht, Bruder. Diese Kelps. Und mein Urus jetzt... Hinteres Rücklicht beim Einsteigen habe ich gesehen. Mein hinteres Rücklicht geht auch nicht, Alter. Jetzt ist mein Urus auch kaputt. Aber wer war das überhaupt, Bruder? Waren das Jägen und seine Jungs? Geht's? Kannst du ihn noch halten, Bruder? So, ich fahre ein bisschen langsam. 0.15 Uhr fängt nicht an, sondern hört auf, Alter. Oh, ne, dir ja... Wallah, Anzeichen, dass du... Ich mache das Rennen safe noch. Ich rufe jetzt ein Usti an. Ich mache das Rennen in der Stadt. Schau mal, da gehen die Tuner hin, ja. Hey, Lan, ich gehe mal hier zum Tuner, Lan. Vielleicht finden wir... Vielleicht finden wir hier Ding. Scheiße, Alter, ja. Schau mal, die ganzen Leute gehen da hin, ja, ja. Bruder, was machst du? Der hat mich aufgeregt. Der soll mich nicht weiter verfolgen. Bruder, hast du nicht gesehen? Der klebt die ganze Zeit. Ich war misstrauisch. Ich war misstrauisch. Irgendwas war komisch bei dem. Die Mord hast du komische Aura gespielt, Bruder. Das war schon. Wer war das, Alter, dass der ganze Zeit hier neben mir war? Wer war das, Bruder? Scheiße, mein Urust, Mann. Der ist gefickt, Bruder, ja. Mach mal Volltuning. Ach so, stimmt. Ich kann meinen Mustang noch tunen, ne? Stimmt, das machen wir jetzt. Ich tune meinen Mustang. Ich habe ja eh voll viel Geld. Und ich ändere auch jetzt Farbe rum. Okay, Bruder, let's go. Kommst du mit? Ich gehe noch zum Mechaniker. Ja, ja, warte auf mich. Hey, Medic. Hä, habe ich Mustang? Ah, Bruder, ich habe schon gefühlt. Danke, ich habe Mustang geholt, Mann. Jungs, aber Spaß beiseite. Dieser Mustang... Ich will den haben, Morug. Ich will den Mustang haben, Morug. Äh, kannst du fahren, Bruder? Ich bin der Chef, Bruder. Ich habe den da gerammt, Bruder. Ich habe Angst. Ich möchte dich nochmal hier so... Schau mal, Bruder. Hast du was zu essen dabei? Ja, ja. Okay, dann fahr mal kurz zum 24-7. Hol mal was zu essen. Und dann fahr zum Mechaniker. Matanthrazit. Wir schauen jetzt. Lass fahr bewegen. Wartezeit. Hä? Wie meinst du wegen... Ne, ne, ich tune den jetzt, Bro. Ich tune den. Ich tune den, Morug. Damit ich gegen den Mustang eine Chance habe. Das Tuning-Treff war... Das war geil, ne? Ah, man. Das war einfach Müll an. Ich mache Tuning-Treff. Dann passiert gleich Schießerei. Wir machen einmal hier was... Organisieren für die Leute. Und dann passiert einfach Schießerei. Ja, Wallah. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt. Dann können sich alle Leute versammeln. Weil es auf dem Server haben wir ein bisschen Spaß. Dann kommen irgendwelche Leute und knallen da rum. Und dann ist alles vorbei, Alter. Schade. Schade. Willst du auch noch kippen, Bruder? Ne, ne. Essen und trinken. Was geht, Bruder? Wo bist du? Ich bin Wimpa. Wo bist du? Äh, ich bin gerade... Ich fahre jetzt zur Werkstatt. Ich muss mein Auto türen. Damit ich gegen den Mustang eine Chance habe. Ich fahre gegen den Rennen, Bruder, um Papiere. Um Papiere? Ja, ja. Ich möchte, Bruder. Ich möchte diesen Mustang haben. Du fährst um Papiere? Ja, ja. Dann kann man mich kaum in der Werkstatt halten. Bis gleich. Kannst du mir auch essen? Ah, danke. Und Ibrahim. Ich brauche was zu essen. Ja, du musst deine Tasche lernen, Bruder. Deine Tasche ist voll. Warte. Fahr langsam. Fahr langsam. Mach mein Ohr ist nicht mehr noch kaputt hier. Was ist los mit dir? Bevor ich dich noch abstechen muss. Gib mir mal was zu essen. Ich habe doch was zu essen gegeben. Nee. Nee, du hast mir nichts gegeben. Wegen Bande. Ich glaube, Bande wollen die demnächst. Ist aber nicht sicher. Letztens hat mir Yusuf irgendwas gesagt, aber ist halt nicht sicher. Hey, Bruder, wie kommt ihr auf Tankland? Der Tank ist doch voll. Hä? Ja, das ist doch das Auto von eben, ja? Welches? Dieser Van. Ja, okay. Ich habe dich Stress gemacht. Sind sie Mechaniker? Ja, mein Bester. Was geht ab Mechaniker? Ja, jetzt habe ich dich mal nicht die 42, mein Lieber. Wie geht's dir, Bruder? Ganz gut. Wie geht's dir, Bruder? Auch, auch. Ich möchte mein Auto tunen. Ich muss ein Rennen heute haben. Wann kriegst du das hin? Nimm alle Mann zusammen. Das Auto muss getunt werden, Bruder. Okay. Andere Farbe auch? Wenn du sagst, wenn du sagst, mit Farbe dauert es länger, dann nicht. Nee, nicht zu lang. Nee, nicht zu lang. Okay, fahr mal rein. Wir schauen uns das an. Boah, Bruder, hast du gemacht mit dem Fahrzeug? Das hat mich handelt halt. Ja, Bruder, ich musste jemand von der Straße drängen. Da hat mich jemand verfolgt. Irgendein Bastard. Dein Auto. Was? Dein Auto sieht auch genauso aus, als er jetzt jemand abgedrängt. Ah, ja, ja. Ich weiß nicht, wer das war, Bruder. Da war irgendwas komisches, Bruder. Er hat mich die ganze Zeit verfolgt. Dann musste ich ihn von der Straßenbahn wegdrängen. So ein Sultan RS war das, ne? Genau. Hey, woher weißt du das? Ja. Weil ich das war, du Pfeife. Achso, das wusste ich natürlich nicht. Es tut mir leid. Alles gut. Denkrad war kaputt, deshalb musste ich nach links flinken. Ja, der hat ein bisschen nach links gezogen, Bruder. Wir müssen Spureinstellungen machen. Wie findest du mein neues Bike? Gut, Nightblade. Ja. Was geht ab, Keltosch? Alles gut? Ich muss mein Auto tunen. Alf. Ach, du bist Alf. Alf, wie geht's dir, Bruder? Alf, komm mal kurz. Ja, bitte. Was machst du da oben beim Tuning? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn da erwischt habe oder nicht. Ich bin selber abgehauen. Er ist mal in Sicherheit gebracht. Mit wem telefonierst du? Dann lass mich, lass mich in Ruhe, Mann. Na, Gret gescheit. Alter. Boah, Naomi, warte. Du scheiße. Alter. Oh Gott, alles. Gut, bei ihr? Nein. Oh mein Gott. Ich will nicht, ich kann sein Video freiseln. Ich muss mal Platz lassen. Ich bin sein Manager. Tschüss, komm. Fällt aufs du den Lambo. Ich mach's mal. Sag mal, Faru, komm mal leer. Komm doch mal her. Ey, was bist du für einer? Schleckst du Frauen, dann haust du ab wie ein kleines Kind. Komm doch her. Tu dir nichts. Keine Angst vor mir. Komm doch. Das nächste Mal sagst du halt, mit wem du telefonierst. Dann muss ich hier nicht handgreiflich werden. Was juckt dich, mit wem ich telefonier, Mann? Wegen Ben-Coins. Wegen Ben-Coins. Also deine Ben-Coins, Alter. Ich scheiße auf deine Ben-Coins. Mach mit denen, was du willst. Sonst, vielen Dankeschön für dein Prime-Abo, Bruder. Jetzt, ich küsse deine Augen. Mein Lambo 1,4 Millionen und dem Merz. Alter, Dede, lass dir den Kamerl nicht zu machen. Nein, nein, mein Lambo niemals 1,4 Millionen, Bruder. Das ist mein Baby. Ach du Scheiße, Scheiße. Hier. Da liegt der Schmutz-Digge. Da liegt der Schmutz-Digge. Ach. Ich kann den Kopfhauter mal aufmachen. Ja. Farut, Gang Ben hier. Der allerechte Rapper. Wie kann ich ihm helfen? Farut, Ben, ich bin's. Was geht ab, Jürgen? Bruder, was ist da passiert, Alter? Bruder, ich wollte da... Der hat auf uns geschossen. Aber wer war das, Bruder? Ich mache da Tuning-Treffen und so ein... Der mit Nissan. Der mit Nissan. Ach, Luis. Nein, der andere hat eine vollautomatische ausgepackt. Der hat auf uns geschossen. Nee, das war Luis. Wie das war, Luis? Der hat einfach auf uns geballert. Ja, also der mit Nissan Skyline, ne? Ja. Hat er der blaues Oberteil? Nein. Der hat eine Lillejagre angebracht. Hä? Und eine weiße Nissan hat er gehabt. Aber warum hat er auf euch geschossen, Alter? Keine Ahnung. Der ist durchgedreht. Der wollte Geld von uns. Komisch. Ja. Wo bist du? Mach dein Tuning-Treffen am Mächtnis. Ich mache... Ich mache... Bruder, ich bereite mich für ein Rennen heute vor, ja? Ich muss auf... Ich muss... Ich bin gerade in der Werkstatt. Ich tune gerade mein... Äh... Mein Urus und danach gehe ich in die Werkstatt. Äh, danach mache ich Rennen. Ja, ich komme zur Werkstatt. Warte. Alles klar. Bis gleich. Wer ist? Ciao. Ciao. Okay, Jungs. Jetzt Spaß beiseite. Wie sieht es aus? Was schafft ihr? Was... Was könnt ihr da rausholen? Warte, ich sag sofort. Wie macht man Motorhaube auf? Weiß das einer? Nein, das war nicht im Auto. Was? Hast du getan, Bruder? Ja, ja. Ich habe getan. F5, dann Auto-Menü. Warte, lass ich mal kurz ausste... Äh, lass ich mal kurz rein. Äh, der Herr können Sie ganz kurz... Einiges, glaube ich, Bruder. Jetzt einiges. Kannst du einiges tunen, ne? Ja, einiges. Was? 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 Er hat alle mitnehmen. Alles, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Danke, Jungs. Danke. Okay. Schau mal, Bruder. Siehste? Ey, Bruder. Ja, Bruder. V8. Turbo. Ich brauche... Was kannst du da rausholen, Bruder? An Leistung. Ich brauche mehr... Beschleunigung. Tom, darf ich was machen? Okay, dann teste gleich. Okay. Ich weiß nicht. Warte ab, Fahrrad. Warte ab. Willst du mir hier drohen? Ey, Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad bitte. Aber komm bitte mal wieder. Ich muss hier einstellen und die Federung. Ja, die Steuerung und so, ne? Genau. Was hast du jetzt gemacht? Full. Du hast jetzt Full gemacht? Ja. Okay. Mal schauen, vielleicht ist er schon full getunt, weißt du? Ist er schneller? Ist er schneller oder ist es noch... Ist es gleich? Ist es gleich, ne? Hat sich jetzt nicht so viel verändert. Warte. Warte, ich schaue. Höchstgeschwindigkeit, warte. Nee, Bruder, der ist gleich. Der war Höchstgeschwindigkeit davor auch. Hat er gerade noch so auf 200 geschafft. Warte, ich schaue jetzt. Ah, der ist gleich. Der ist gleich, Bro. Der ist gleich. Hat sich nichts geändert. Scheiße, der ist schon full land. Oder dann habe ich gar keine Chance gegen den. Habe ich gegen uns so keine Chance. Hm. Oder warum soll ich was anderes kaufen? Das Ding ist, Mustang ist halt viel schneller als ein Standard. Die Chance, dass du wiederkommst, ist 50-50. Kommst du wieder oder kommst du nicht wieder? Ja, ich komme, ich komme. Ich habe nur kurz getestet. Ach so, ja, weil der weiß man nicht deswegen. Nein, nein, ich bin gleich da. Ich habe nur kurz getestet. Okay. Sag dem Tuner, es hat sich nichts verändert am Auto. Ehrlich nicht? Nein, es hat sich nichts geändert. Darum, ich sage dann Bescheid. Alles klar. Ja. Gleich. Wie siehst du aus, Marlon? Warte kurz. Äh, Bro, hat sich gar nichts verändert, Alter. Ist nicht schnell, ne? Nein, nein, hat sich nichts verändert. Ja, das Ding ist, die Höchstgeschwindigkeit ist nicht schneller. Mhm. Nur die Beschleunigung wird schneller. Aber das Ding ist halt, bei dem Fahrzeug, der ist schon vom Werk aus, weil er schon so vollgetunnt herkommt. Beschleunigung ist schneller? Da muss ich nicht so viel rausholen. Äh, wie sieht es aus mit Handling? Ja, kann ich ja nichts machen. Das Ding ist, gegen welches Fahrzeug machst du denn? Gegen Mustang. Ford Mustang. Ja. Ich habe einen Dodge Charger 68er da. Ist der gut? Ja, einigermaßen. Du kannst mal testen, du willst. Hier, hol mal raus. Hol mal raus. Hey, Farod, lass dich den Ronny an dein Auto, der klaut die Teile, Mann. Zündkerzen an, ist das klaut der? Ne, ne, der macht das schon gut. Hey, kannst du dich mal zum Bugattel fahren? Ich bin ein bisschen... Hey, ich steck rein. Farod, wo ist das neue Tuning-Treffen? Äh, muss ich gucken, Bruder. Muss ich gucken. Hey, ich sag dir, weißt du, wo, Farod? Wo? Wo? Am Flughafen, gerade Strecke, 100 Meilen. Ja, mach, Bruder, mach, äh, organisier mal kurz ein paar Leute. Ich muss mal kurz gucken, weißt du, wegen meinem Auto. Au, 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 meine Finger. Okay, check mal kurz ab, ich muss kurz das Auto abchecken. Aber ey, der mit der Nissan GTR, diesen weißen, der hat auf uns einfach geschossen. Bruder, ich weiß auch nicht, was mit diesem, äh, Typen einfach los ist. Ich komm gleich. Die Fallotte fahr mit, ey. Der Bruder, hier vorne direkt rechts, von der Haus fährst in der Garage. Wo? Und jetzt hier rechts fährst. Fahr jetzt hier rechts dann. Hier rechts. Genau. Und dann? Geradeaus, bis zu kreuzen, dann wieder rechts. Hier. Weiter, 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 weiter. Hier. Hier. Weiter, 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 weiter. Nein, weiter, weiter, geradeaus, 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 geradeaus. Weiter, 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 und jetzt? Rechts, genau hier. Hier rechts. Genau. Ah, da, ich seh die Garage am Navi. Warte. Hey, Farrupa, wo ist das neue Tooltreppen? Äh, am Flughafen, Bruder, am Flughafen. Verbreitet mal, macht mal. Ja, ja, hier, hier, macht mal ein bisschen mal Werbung. Macht ein bisschen Werbung, holt mal ein paar Leute ran. Sagt, es gibt da ein Tuning-Treffen, ihr könnt da fahren und so. Die alle da mit krassen Autos kommen. Wo denn hier? Hier, 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 am Flughafen, da hinten. Okay. Fahr da hin. Okay, mach mal kurz an und, äh, fahr du mit meinen Urus dann zur Werkstatt. Okay. Boah, der sieht schon wild aus, Mann. Oha. Komm hin. Mit, 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 mit. Oha. Oha. Hey, Alter, der flippt ja völlig aus. Oha. Das ist ein Monster. Vielleicht, mit dem hätte ich vielleicht eine Chance. Ja, der beschleunigt gut. Der beschleunigt gut. Boah, der bricht halt echt extrem schnell aus, Morug. Der ist schwierig. Meinst du gegen Mustang keine Chance? Warte. Der kommt aber nur auf 187, Morug. Der beschleunigt schnell, aber der kommt nur auf 187. Lass mal rennen. Was? Komm, wir fahren rennen, gerade Strecke. Bruder, das Problem ist, der kommt nicht mehr wie 180. Der beschleunigt zwar schnell, aber keine Chance, Bruder. Komm mal, drei, ja? Eins, zwei, drei. Okay, gegen Motorrad hat der Chance. Ja, und der ist fulltuned, also der ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber komm, du fahr mal, was für ein Rennen du fahren willst. Drag, Bruder, geradeaus. Ja, fahr doch mal mit deinem Lambo gegen diesen, dann weißt du, welcher schneller ist. Ja, okay, warte, wir fahren mal kurz Werkstatt. Wieso habe ich Musso, seine Nummer nicht, Alter? Bruder. Ja, ich hätte auch noch eine Intention von RS, aber dann hast du ja Schrott gefahren. Okay, warte, wir schauen mal, wir schauen mal. Wir holen mal kurz die Sachen. Morug, der ist Wildland, der gefällt mir. Boah, der ist geil, Morug, der bricht doch voll geil aus, Morug. Das ist genau mein Ding. Bro, komm. Komm mal, komm mal kurz Flughafen, lass mal kurz Rennen machen. Aber ey, Fahrrad, ist ja auch langsam. Ich habe noch ein Shutdown RS vollzune und ein Yama R6 Motorrad vollzune. Nee, nee, komm mal mit Urus, komm mal mit Urus. Ich möchte mal mit Urus testen. Was meint ihr? Mach mal Wette. Mach mal Wette. Mach mal Wette. Wer gewinnt? Äh, Urus oder, äh, Urus oder Challenger? Mach Wette, schnell. Mach Wette. Ich bin jetzt echt gespannt. Der übersteuert ein bisschen. Pass auf, Bruder. Wir fahren jetzt zu grün vor und danach genau wo die Landebahn vorbei ist, ist Ende, okay? Ja. 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 Warte noch. Warte, komm genau hier. Okay. Hamza, äh, Mokhtar. Ja. Sag du, go. Okay, auf drei, ja? Eins, zwei, drei, go. Keine Chance, Mokhtar. Keine Chance, Mokhtar. Urus hat abgezogen, Mann. Keine Chance, Mokhtar. Okay, 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 da ist anscheinend Urus doch schneller. Ich hab noch ein Motorrad, ne? Ne, ne, ich muss mit Auto machen, Bruder. Oh, shit, Alter. Bruder, Urus hat, ich glaub, ich könnte, ich hätte vielleicht gegen Mustang schon eine Chance. Natürlich. Wie viel war Endgeschwindigkeit dann, Urus, Bruder? Äh, 210 hab ich geschafft. Ja, ne, da musst du mit Urus fahren. Die anderen schaffen dann nur 180, 190. Was schafft der Sultan Nächsgeschwindigkeit? Der ist langsam, der fährt 180, 190, meiner. Äh, der ist auch volltunend. Also, Motorrad hätte ich eine Chance gehabt, weil, äh, der, die Hamza R6 fährt volltunend 260. Mhm. Du, die. Wow. Äh, was hat der für ein Mustang? Ja, der hat Mustang GT, ich, glaub ich, sogar. Meinst du, der hat Chance gegen den Urus, keine Chance? Nein, nein, hat der, hat nicht. Nein, was machst du denn für Gesamt? Der Mustang hat keine Chance gegen meinen Urus. Nein, 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 echt nicht. Du hast, glaub ich, äh, äh, beste und schnellste Autos. Ne, ne, der Skyline, Bruder. Der Skyline ist so schnell. Der Skyline ist richtig schnell auf 300. Hm. Ich könnte die... Skyline, aber niemals der Mustang. Ich könnte den, äh, C63 besorgen. Ehrlich? Äh, äh, ja. Check mal ab, check mal ab. Gegen wen fährst du, Fahrrad? Gegen Musto. Mit seinem Mustang, oder was? Ja, ja, gegen seinen Mustang. Oh. Oh, HC63, jetzt kommen die, äh, Shisha-Badilaras, Jungs. Ey, look, mein Bester. Jetzt kommen die Shisha-Badilaras. Ich bräuchte deinen, äh, Mercedes, mein Lieber. Weißt du, der Mercedes hat Chance gegen den Mustang? Werden wir jetzt testen, werden wir jetzt testen. Ich glaube, der Urus ist schneller als der Mercedes. Meinst du? Aber der Urus wiegt ja normal viel mehr, Alter. Der Mercedes müsste normal... Bruder, der ist Allrad. Weißt du, wie der Urus springt, Bruder? Der springt nach vorne. Wir hat gegen diesen Auto, gegen diesen Massaker, hat der keine Chance gehabt, Bruder. Der Massaker hat keine Chance gehabt. Null. Ja, aber der Massaker, der hat doch auch bestimmt, äh, Heckantrieb und der hebt vorne bestimmt ab. Ja, ja, der hebt ab. Das ist scheiße. Muss mal abchecken. Ey, Bro, dann lass uns in der Werkstatt quatschen. Komm, wir quatschen wie hier so. Ey, guck mal, ich hab den Marcel bei mir. Der hat doch Lambo. Hm, ich glaube, Urus ist schneller wie Lambo, ja? Nein, 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 nein. Nicht? Nein, 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 auf keinen Fall. Komm, lass mal, lass mal noch mal Rennen machen. Massaker, komm mal her. Jetzt bin ich gespannt. Okay, bist du bereit? Ja, ja. Okay, drei, zwei, eins, go. Ja, keine Chance, Modok. Keine Chance. Oha. Okay, Motorrad aber. Aber ansonsten Urus ist top, Modok. Ansonsten Urus ist top. Okay, lass den Werkstatt. Lass mal den C-63 Chance probieren. Was ist das? Oha. Scheiße. Ja, ich muss mal gucken. Nee, nee, ich schau mal, ich schau mal, wie der C63 ist. Mit welchem Code, mit Code Edis, Bruder, jetzt. Der Uru ist schneller als C63. Ja, der Uru ist schneller als C63. 100%. Ich habe ihn gefahren. Ich weiß nicht, warum du den Kopf machst. Um was geht es denn? Warte, ich hole dir den Lambo her. Okay? Was denn der Einsatz? Auf Fahrzeugpapiere, Bruder. Nein. Ja, deswegen brauche ich ein geiles Auto. Ich brauche ein gutes Auto. Baru, die Schulde denn, ja? Okay. Ich sag mal so, ich habe den Ford nicht gejuckt. Schau, schau, ob du da irgendwas noch machen kannst an dem Urus. Bruder, kann man nichts machen, Alter. Alles so gut. Ich glaube, der Urus ist schon top, Bruder. Der Audi von Jürgen ist ja gut. Man kann nichts machen. Hast du ja nichts Lust? Er ist top, top. Man kann nichts machen, ne? Nein, nein. Ich habe den repariert, aber man kann nichts machen. Okay, schade. Ich habe schon ein Turbo reingemacht, aber passiert nichts. Hey Bro, wie schnell ist dein Motorrad? Weiß ich nicht, ist nicht von mir. Ist meiner. Boah, der rot ist auch. Wie schnell ist der? Wie schnell ist dieser Motorrad? Was kostet der Mustang? Das ist eine gute Frage. Wie schnell fährt der, Max? Luis, sein GTR ist wild. Ja, aber wo ist denn Luis? Das ist die Frage, ich glaube, ich habe Luis seine Nummer auf. Der fährt zwar 4080. Er ist eben auch abgegangen, ja? Was für ein Gewinn? Er hat jemand Hat jemand die Nummer von Luis? Luis? Ja Wo ist Charmin? Neben dir, links neben dir, Bruder Ah, Charmin, ich hab dich fast nicht erkannt wegen deinem Bart Ja? Dein Cousin hat so ein Elektrofahrzeug Nee, nee, das bringt nichts Weiß wie der abgeht Ja, jetzt wartet mal, wir machen das gleich, warte Sag mal Luis, er soll mich kurz anrufen, wo bleibt der C63? Der, der sagt, er will das nicht verleihen Okay Der soll mitfahren als Beifahrer Nee, nee, ich mach schon, ich mach mit meinen Ich mach mit meinen Urus, sonst hätt ich kurz den C63 gekauft, weißt du? Der geht nicht an, der Bruder Der Mustang zieht dich ab mit dem Urus Bruder, muss dann, da hab ich dich mal ein Fahrzeug gemacht Nein, nein, nimm keinen Beifahrer, dann bist du schwerer, dann geht der nicht so viel ab Ja, aber der soll dann auch Beifahrer nehmen, weißt du? Der soll mal herkommen, ich will nur abchecken, was er hat Wo ist Luis, Bruder? Hat jemand Nummer von ihm? Der geht nicht an Achso Er hat das Fahrzeug nicht vollgetunen, das weiß ich, in Ford Weil er nicht da war Und ich war einzige Mechaniker jetzt hier Ja, aber der wird bestimmt Hol dir das Flugzeug Ja, muss er zu mir kommen Mustang ist stark, Bruder Mustang ist echt stabil, glaube ich Wo bist du, Bruder? Was machst du? Ich hab 4.000 Dollar, ich will das verdoppeln, Kalein Ah, Bruder, hör doch auf, was ist los mit dir, Bruder? Ich bin süchtig, Alter Bruder, hast du die Nummer von Musti? Nein, Mann, ich leider nicht Okay, alles klar Dann meld dich, wenn du fertig bist Okay, mach ich Okay Mach der auch Rennen gegen Motorrad? Nee, nee, kein Motorrad Schade, aber jetzt sind auch um Papiere gewettet Wo kann man, wo kann man ihn Kann man, gibt's ein gutes Gibt's einen guten Autohändler, der gute Autos noch verkauft? Hm, der hat doch nicht Urlaub Der hat Urlaub, ne? Der hat Urlaub, ne? Ja Also kann man kein Auto kaufen? Gerade nicht Ein Portet, das sind wir? Nee, der hat Urlaub Doch, doch, Renault Clio kannst du kaufen Ah, das bringen wir nicht Ja, halt eine Million, Alter Okay, dann check ich mal kurz was ab, Jungs Ich bin dann gleich da Muss ich mal irgendwie was gucken, halt Wo ist der Schamelin? Ich weiß nicht Oh, das war Das war Ich lass mal den Würfelpark gehen Wer denn muss da Oder ich sag euch ehrlich Vielleicht hat musst du keine Chance gegen mich In Rundkurs Also so in Drag Wird's schwer Aber wenn ich so Rundkurs fahre Wird's für ihn schwer Ich kann ja gut Rundkurs fahren Blitzer Wo ist Musto? Ja, wo ist der jetzt auf einmal hin Mit seinem scheiß Auto Aber Urus geht auch Der war 240 eben, ja Der geht schon gut Der geht schon gut, aber Ich mach Rundkurs gegen Musto, ja Wenn ich ihn finden würde Wenn ich ihn finden würde Wer abschalten, du Spöst Ananasin Ananasin Nein, nein, wir probieren nicht den Mercedes-Benz aus. Ja, das ist ja schon morg, ja. Valla, der Urus war doch gerade gut, man. An FPS lag es nicht, nee, diesmal nicht. Ja, das ist ja schon morg. Ja, das ist ja schon morg. Hä? Ohne morg, und wo kommt das? Ja, das ist ja schon morg, das ist ja schon morg. Ja, das ist ja schon morg, das ist ja schon morg. War gut. Ja. 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 Casino? Warum komm, ich fahr schon mal vor, die Jungs sind da, ja? Nation, hab ich mich schon bedankt bei dir? Wer nicht Ja macht, kann... Der geht nicht ran, ne? Hast du seine Nummer? Nee, ich hab seine Nummer nicht. Warte, ich geb die mal. Warte, gib mal kurz. Ähm, warte. Schreib 0154. Ja. Jetzt hat er wieder aufgelegt, keine Ahnung. 0154. 0154. 0154. 0188. 0188. Okay hier fallen gerade auch Schüsse bruder, ich glaube auf deine Leute am Würfelpark Fahre mal fürs Park, 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 alles klar Fahre bei Fischmack mit oder so? Nein, nein ich brauche Leistung Ja, das brauche ich nämlich auch, fahr dein eigenes Bike bitte Das ist eine gute Frage Basemaster Oh Mann, ich habe Bock zu fahren, ich habe Armschmerzen Ja, ich habe auch Bock zu fahren Der geht nicht ran, der geht nicht ran Der andere ist unterwegs, der andere macht was mit Freunden Der andere steckt gerade in der Alten Was ist los mit den Jungs? Wer steckt in der Alten? Ich will auch Ich hab schon so lange nicht mehr Abstimmung war für, ja perfekt, wir spielen Minecraft Bruder, ich hab keinen Minecraft Wer haltet da, hätte ich mit dem bisschen Warzone gezockt Hast du jetzt mehr PS in den Wagen? Nee, Bruder, hat sich gar nichts verändert Ehrlich? Ja, der ist gefährlich, der fährt 220 Ja, meiner fährt auch 220 Ja, dann gewinnst du locker, du hast Allrad Alter, meiner fährt 240 Ja, aber ey, wenn der Wie beschleunigt der, gib mal Vollgas bis dahinten hin Bruder, meiner ist bei Beschleunigung richtig gut Ja, dann machst du den weg ohne Probleme Ohne Probleme Ja, ich will ihn ja herrufen, Bruder, aber der geht nicht ran, der Kelb Wo ist Musso? Weiß ich nicht, ruf ihn doch an Ich hab ihn angerufen, der geht nicht ran, Alter Er fährt die ganze Zeit mit Jaffa sein Auto rum Freik nach sein Audi Nee, nee, Bruder, Mustang ist schon besser Warzone wäre auch gut Ja, aber ich muss das Spiel noch runterladen, Bruder Das ist das Ding Ach, Bruder, ich geh kurz aufs Klo, ich muss schauen Ich muss gucken, ja Wenn Musso rangeht, dann mache ich schon Fahrzeugpapiere, scheiß drauf Ich mach den Scheiß, ich geh ein Ich muss eingehen Du hast geschlafen, ne? Schlaf gut Hey, Jürgen Hm? Mann, das ist überraschung, wo? Was, wie überraschung, willst du ab? Mann, das ist doch überraschung Ach so, ja, ja, ja Ja, wo, wo? Hmhm Ja, ich mache den Schlüssel Oh, ich mache den Job Hey, was machst du? Oh, oh, oh Hey! Hier wird ein stabiles Auto, das Haus mit Lamborghini Hier ist rischer, McLaren McLaren! McLaren! Makslaren! Inhal das war diese Auto Ya, ja, ja, ja Mölle, Mölle Auf, der Lawrider Justin, koop mal der Lawrider Opa, Lawrider Ey, was machst du? was machst du hast du spagat gemacht ich glaube du bist besessen ich bin noch auf morfium bruder richtig du musst aufpassen weil ich glaube wenn der kommt ist feuerabend oder wallah dieser pc maschallah der macht eine lüftung oder der hat den ganzen raum erhitzt an hier ist wie adanadam bischmeck heißt amit was das für eine luft hier was hat deine fresse verpiss dich halt deine fresse halt deine fresse lauf lauf komm wir fahren weg soll es laufen du kelp irgendwie kam mir die stimme bekannt war kühlung hat ganze raum erhitzt ja das ist doch so samstag gibt es bei trimex die distrack auflösung ehrlich ich habe keine ahnung wo da sagt mir wie geht wallah ich gebe dir was denn warte ich schon mal kurz jetzt noch am chapter wenn die da wenn er da nicht ist dann weiß ich auch nicht wo ist eigentlich unser alboboy und buddhan land ne bruder hier ist auch keiner hier ist einfach keiner krass buddhan ist krank egal moroc ich mach morgen casino rob mit mehmet und so wallah ich hab bock so gut wie geld habe ich dabei 8000 dollar Was wird jetzt? Ich warte auf den Rennen. Bruder, ich dachte, ich will, dass Munster kommt, aber keiner... Hä, der hat sich umgedreht, Mann. Oh, das war gerade Big F, Mann. Ne, gar keinen Angst gesehen. Was ist das, Bruder? Keiner von den Mandoleros da, niemand ist da. Ja, ich freue mich, Sascha. Ja, aber wisst ihr. Hey Jungs, ich bin Sata-Fisch-Mick. Ach, scheiße. Guck mal, wenn ich hier erwischt habe, wo ist mein Geld? Was? Ich habe kein Geld, ich habe alles verspielt. Er hat ja nichts getunt, Bayro. Alles verspielt. Mette, Bruder, da steht nichts. Ja, ja. Guck mal, der Jaffa, er hat Scheiße gebaut. Er wollte mich verbrennen, er wollte das machen. Er hat Schulden bei mir, er will mir nicht bezahlen. Das ist doch der eine da, der uns eingepackt hat. Genau, das ist der, der Schaffer. Ey, verdammte Scheiße, Mann. Weißt du, wer ich noch bin? Guck mal, der hat Jungs sogar angeschossen. Was sagst du dazu? Ey, Jungs, ich kenne euch nicht, Mann. Lasst mal. Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Ey, lass mal meinen Cousin in Ruhe. Dein Cousin hat Scheiße gebaut, Mann. Wie geht es dir, Mann? Bandoleros forever. Ey, Bandoleros, haben wir zu, Bandoleros. Hier, Bandoleros Nummer eins, Bandoleros Nummer zwei. Den hast du angeschossen, was sagst du jetzt dazu? Ey, Jungs, ich habe nichts gemacht. Ich habe dir gesagt, mit deiner Sache hast du dir ein großes, großes, großes Grab geschaufelt, mein Freund. Fischmeck, Fischmeck, komm mal her, komm mal her. Oh, Fischmeck, wie geht's dir? Komm her, komm her. Hol deine Knarre raus. Nimm Jürgen. Nein, wir packen, wir packen, wir bist in den Jürgen. Die können ja nicht mit Jaffa, die können ja nicht mit Jaffa klatschen, oder? Nöööööööööö. Na, warst du was Fischmeck, hm? Ey, ich we C'mink, Jürgen, ich bezahle dich irgendwann, Mann, ich verstehe mich. War mal zu, du hast meine Jungs angeschossen. Findest du das in Ordnung? Nein, Mann, ich habe das gemacht. Nöööööö. Alte eure Fressen! Alte eure fressen! Keiner macht Faxen, ich drücke ab! Nein, 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 keiner! Ich drücke ab, Waffe runter! Waffe runter, alle Waffe runter! Sagt deinen Leuten, die sollen alle Waffe runternehmen. Haltet eure Fressen. Haltet eure Fressen. Hey, Marot, mach keinen Scheiß mal. Haltet deine Fresse. Haltet eure Fressen. Sagt deinen Jungs, die sollen weggehen. Keiner fickt meinen Cousin Jaffa. Sagt denen, die sollen alle sich abmachen. Geht alle weg, Jungs, geht. Steigt ins Auto weg. Mach die Karre auf, ich nehme dich vor. Steig ein, Jaffa, steig ein. Niemals hätte ich das von euch gedacht, Jungs. Haltet deine Fressen. Sagt deinen Jungs, die sollen alle weg. Farod, du hast einen riesigen Fehler gemacht. Sagt deinen Jungs, die sollen alle weg. Farod, du hast einen riesigen Fehler gemacht. Ist mir scheißegal, keiner fickt mit meinem Cousin Jaffa. Hör mal zu, dein Cousin hat Leute angeschossen. Warte, Jürgen, jetzt reicht mir mit dir. Warte, hier, warte. Er hat Leute angeschossen. Steig ins Auto. Steig ins Auto. Jaffa, du fährst. Oder nee, lass mich fahren. Ja, fahr du, fahr du. Deine Leute sollen weg. Ah, warte. Der weiß das, der ist auch weg. Jürgen, geh weg, Jürgen. Jürgen, komm nach vorne. Ja, ich fahr doch, ich fahr doch. Warte. Geh, dann mach doch auf. Ja, warte, warte. Okay, steig ein. Steig ein. Steig ein, Jürgen. Steig ein, Jürgen. Ich kann nicht aussteigen, wenn du nicht einsteigst. Guck doch. Ah, warte. Jetzt, jetzt müsst es gehen. Tut mir leid, Jungs, das liegt am Lamborghini. Jürgen. Ja? Komm mit. Ich hab doch nichts, Jungs. Warte, der hat keine Knarre, okay? Ja, ich hab nichts, Jungs. Mach keinen Faxen mit mir. Äh. Ah, scheiße, mein Auto ist... Ey, fuck, warte mal. Mach keinen Faxen mit mir, Jungs. Warte, halt deine Frisse. Alles klar. Warte. Ihr macht einen riesigen Fehler, Jungs. Hör zu, äh. Ihr macht einen riesigen Fehler, Cousins. Hör auf damit. Bruder, warte, chillt. Chillt, chillt. Es waren 20.000. Jaffa, du machst ein riesiges Problem. Jürgen, Jürgen, hör mal zu, hör mal zu. Das muss nicht eskalieren. Das muss nicht eskalieren. Du hast es schon zum Eskalieren gebracht. Bruder, chill jetzt. Pass auf. Das Ding ist... Nimm mal sein Handy und alles ab, Bruder. Ich gib's euch. Mach dein Handy aus. Mach dein Handy aus. Wir wollen dich einfach nicht mit Handy in Hand sehen, okay? Hier, ich gib's. Ich werf's weg. Hier, weggeworfen. Werf weg. Ah, scheiße, jetzt wurde ich geblitzt. Ich hab's auf dem Fenster geschmissen. Auch das andere Handy. Mein Auto zieht die ganze Zeit nach rechts, Bruder, ja? Chill mal, Jungs, ey. Was ist los? Macht mal... Denkt ihr, das ist hier ein Spiel? Seht das hier aus wie ein Spiel? Denkt ihr, wir sind hier bei irgendeinem Spiel? Nein. Das wollte ich sagen. Dann hab ich's mir doch nicht gesagt. Okay, Jungs, passt auf. Jürgen, das muss nicht eskalieren, okay? Das muss nicht eskalieren, Bruder. Warte. Wir müssen jetzt ganz kurz, einen Moment, hier ganz kurz rein. Äh, wo packe ich mein Auto am besten? Ah, hier werden die das niemals finden. Wie geht man noch mal hier hoch? Weiß das einer? Ja, eine Leiter ist ein Leiter hier hinten. Okay. Komm, steig raus. Äh, wo ist hier eine Leiter? Ja, keine Ahnung. Jaffa, du brauchst nicht deine Stimme zu verstellen. Die wissen doch, wer du bist. Ja, aber Jürgen, Alter. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Tomi. Kann sein, dass es schnell vorbeigeht. Kann auch sein, dass wir jetzt mit denen ein dickes RP aufbauen. Weil eigentlich kann man mit den Jungs gutes RP machen. Mit Jürgen und so. Okay, chill, warte. Check mal kurz, ich check kurz, wo Leiter ist. Moment. Wo ist hier die Leiter, ja? Ah. Okay, okay, kommt. Kommt, kommt, kommt. Let's go, Jungs. Rennt mal ein bisschen. Wir haben nicht hier so viel Zeit, bevor die kommen. Boah, ich bin echt gefickt, Alter. Diese ganze Shisha. Ich weiß, dass er Waffe hat, aber er spielt das schon aus, Bro. Er wird nicht Waffe ziehen, denke ich. Ich muss jetzt nur aufpassen, Morag, weil die Jungs sind auch gut, die schützen. Nicht, dass mich einer einfach von Seite holt, Alter. Mit der richtigen Musik wird alles gut. Exklusiv für alle Telekom-Kunden. Drei Monate Spotify Premium gratis. Danach 9,95 Euro. Ey, wieso kommt hier Werbung? Achso, mein Spotify ist... Ah, stimmt. Mein Cousin hat ja... Hat ja mein Spotify gekündigt. Mein Cousin hat ja... Jetzt muss ich ja jeden Monat selber kaufen. Stimmt. Schöne Grüße gehen raus an den... Kelp. Kommt hier hoch, Jungs. Ja, nochmal, wie du mit deinem Cousin umgehst. Was heißt, wie ich mit ihm umgehe? Ich habe gar nichts gemacht. Willst du meinen Namen? Ich küsse dein Herz, Bruder. Alles gut. Ich kaufe für 10 Euro einfach. Okay. Äh, komm ein bisschen in die Mitte. Nicht, dass die uns irgendwie von der Seite oder so holen. So, Jürgen. Ich würde sagen, setz dich mal erstmal hin. Holen wir erstmal alle tief Luft. Das war gerade hier ein bisschen... ...sehr, sehr wild. Ich bin sehr traurig, dass sowas passieren musste. Ich bin sehr, sehr traurig. Ich sage euch so, wie es ist. Es hätte nicht so sein müssen. Jaffa, ist alles deine Schuld, Jaffa. Hör mal zu, hör mal zu. Alles deine Schuld. Ey, mach die Waffe weg aus meinem Gesicht. Mach weg. Mach die Waffe aus meinem Gesicht. Sofort. Alles gut, Mann. Alles gut. Hör zu. Beruhig dich jetzt mal. Beruhig dich, Jürgen. Ja, beruhig dich mal. Ich drück schon nicht ab. Hör mal zu. Anscheinend hatten wir einen schlechten Start. Ey, Farut. Mach die Waffe weg, Mann. Chill, Mann. Ich drück schon nicht ab, Bruder. Da passiert nichts. Anscheinend hatten wir einen schlechten Start. Ja. Okay. Gib mir eine Nummer von deinen Cousins. Ich ruf jetzt zurück. Ich musste mein Handy wegwerfen. Jaffa, gib ihm mal kurz. Gib ihm mal kurz ein Handy. Warte, ich geb ihm jetzt ein. Was wärst du wert für deine Jungs? Hör mal zu. Die Jungs haben kein Geld. Was wollt ihr da rausholen? Jürgen, hast du bekommen? Ja, warte. Ich ruf mal die Jungs an. Nee, nee, nee. Ich ruf an. Ich ruf an. Gib mir mal eine Nummer. Ach so, ja. Warte sofort. Warte. Wartet hier kurz. Ich hoffe, er war da. Die sind da. Die sind da. Warte, warte. Geh nicht zu weit raus. Geh nicht zu weit raus. Wie duck ich mich, ja? Ich kann mich nicht mehr ducken. Meine Ding-Duck-Taste ist weg. Mit C. Ah, Mann, da kommt ihm ja aus. Ja, ja. STRG. Ah, okay. Bruder, was quatschen die da? Was meinst du? Ich glaub, die suchen Jürgen, Bruder. Wir sind so dumm, die sehen uns. Nein, die sehen uns nicht. Wie sollen die uns sehen? Du bist so dumm, da ist unten ein Schlitz. Schau mal hinter dir. Ah, scheiße. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Was sollen wir machen? Warte, ich nehm wieder Jürgen als Geisel. Wie Blut vergießt denn hier? Bleib ruhig, bleib ruhig, Jürgen. Du musst herkommen, Bruder. Ja. Du musst herkommen. Das tut mir leid. Es tut mir leid, Jürgen. Ey, was macht ihr denn? Hört doch auf, Jungs. Es sieht nicht... Macht doch keinen Politik, Jungs. Es sieht nicht gut aus. Es geht nicht... Deine Jungs sind da. Hört auf. Deine Jungs sind da. Jürgen, warum hast du die gerufen, Mann? Wieso? Ich hab niemanden gerufen. Niemanden hab ich gerufen. Jungs. Alles gut, wir glauben dir. Aber ich trau deinen Jungs nicht. Ich trau deinen Jungs nicht. Dann gib mir Handy. Er hat mir Handy wieder abgenommen. Ich rufe die an und sage, sie sollen gehen. Die Sache ist geklärt. Warte. Jungs, die haben Scheiße gebaut. Meine Jungs sind sehr impulsiv. Wir haben Scheiße gebaut, Mann. Wir haben Scheiße... Ey, Jaffa. Immer wegen dir bin ich in Problemen drin, Jaffa. Weiß mal, warum wegen mir, Alter? Der wollte mich umbringen. Der wollte mich umbringen. Das ist deine Schuld, Jaffa. Was sollen wir jetzt machen? Nein, nein, lass ihn. Bring ihn doch nicht um. Warte, wir rufen seinen Jungs an. Ey. Wir sagen... Hör mal zu. Lass mich los. Ey, Fahrrad, mach keinen Scheiß. Am Ende drückst du ab, Fahrrad, mach keinen Scheiß. Nein, nein, ich drück schon nicht ab. Ich drück schon nicht ab. Fahrrad, mach keinen Ärger. Ich mein's ernst. Mach keinen Scheiß. Alles gut. Ey, wir können die Sachen noch bereinigen. Lasst mich gehen und die Sache ist gegessen. Jungs, glaubt mir. Nein, der lügt doch da. Das sind zu viele, Jungs. Letztes Mal hat er auch so gesagt. Hör mal zu. Was sollen wir machen? Letztes Mal hast du Benzin über mein Gesicht gegossen. Du. Aber wir haben das geklärt, Alter. Du hast Benzin über mich gegossen. Du. Und hast auf meine Leute geschossen. Und hast darum noch rumgeprallt. Warte, ich lass dich kurz frei. Jaffa, nimm du ihn mal in den Kasten. Ich muss entweder jetzt schießen oder die kommen hoch. Sag. Äh, sag. Schrei. Scheiß, Jungs. Mach keinen Scheiß. Schrei laut. Jaffa, nimm ihn in den Schwitzkasten. Genau. Sag, wir haben Jürgen. Sag, wir haben Jürgen. Jungs, weg mit euch. Geht weg. Ich rufe euch an. Haut ab. Wir müssen hier wegfahren, Alter. Jungs, haut ab. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Warte. Aber wo sind die? Weiß nicht, weiß nicht. Wo sind die, Bruder? Hast du die gesehen? Sie sind genau unter uns. Anam. Nein. 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 Das ist alles deine Spur. Du hast mich verraten. Wegen irgendwelchen Hummel. Amigo. Amigo. Gegen so Leuten hast du mich verraten. Ich dachte, die knallen mich jetzt ab, Morroch. Du hast einen riesigen Fehler. Hör auf damit. Nee, Jürgen, ich glaube, es ist das Ende. Ey, lass mich anrufen. Ich sag den Jungs, die sollen gehen. Jungs, das sind 30 Mann, Mann. Was wollt ihr da machen? Ja, ja. Gib ihm, gib ihm sein Handy. Alle knacken. Die haben alle knacken. Wie oft noch? Sind die da? Sind die da? Jungs, ihr macht einen riesigen Fehler. Ich kann die nicht kontrollieren, diese Jungs. Ihr muss anrufen. Lass ihn, lass ihn mal anrufen. Jaffa, gib ihm mal dein Handy. Jaffa. Gib ihm dein Handy, Jaffa. Gib mir dein Handy, Jaffa. Gib mir dein Handy, schnell. Bevor es ausartet. Jungs, ich will nicht, dass es ausartet. Das ist alles deine Schuld, Jaffa. Alles deine Schuld, Jaffa. Jaffa, das ist alles deine Schuld, Jaffa. Du bereitest mir immer Schwierigkeiten, Jaffa. Nein, mach das. Johnny. Jungs, mach keine Erden. Komm zurück. Die haben mich freigelassen. Alles gut, die lassen mich frei. Geht. Geht. Okay. Hier, nimm. Ich hab's dir doch gegeben. Das Handy. Willst du die Nummer nicht haben, Farut? Willst du die Nummer haben, Farut? Ja, ja. Aber erstmal müssen wir hier weg. Wir sind hier zu unsicher. Komm mit. Okay, okay. Dann erstmal. Komm ein bisschen. Komm, jogg mal kurz ein bisschen. Boah, ich hab Angst, Mann. Irgendwie in ein falsches Loch zu kommen, Alter. Farut. Fischmeck. Ich hol den Wagen irgendwie hier hin. Na, Jungs, ich möchte nicht. Wir übertreffen, was die Leute haben. Jaffa, was hast du gemacht, Jaffa? Du hast uns gefickt, Bruder. Das ist alles Jaffa seine Schuld, Jungs. Auf Gott, ich hab nichts gemacht. Jaffa, immer passiert das wegen dir, Jaffa. Seit Wochen ist er mich am Mommen auf das Dich. Jürgen, komm zurück. Seit Wochen will er 20.000. Woher? Bruder, warum machst du die auch immer Schulden, Jaffa? Jungs, mach doch keinen Scheiß, Jungs. Bruder, was soll ich machen, Jürgen? Was soll ich machen? Jürgen, ich mein's ernst. Hört auf mit dem Kack. Warum will ich dich umbringen, einfach, wegen Scheiß... Warum will ich dich umbringen? Warum? Du hast meine Jungs angeschlossen und willst von mir... Ey, hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. Die Jungs sind frech, die wollen mein Auto klauen. Hör mal zu, wegen deinem Scheißauto hast du uns alle fast umgebracht. Wieso gibt's hier keinen sicheren Platz? Ich fühl mich zu offen, Alter. Nee, wir müssen hier weg, Alter. Komm mal hier rein. Komm mal hier rein. Ich hör wieder ein Auto. Jaffa, kümmere dich kurz um ihn. Ja, ich bin doch ruhig in die Ecke, Jungs. Wo sind die? Wir gehen. Okay. Oh, scheiße. Da kommt noch ein zweites Auto. Fischmick, da kommt noch ein zweites Auto. Da war ein Vito, da war ein Vito. Okay. Komm mal zu, Jaffa, mach keinen Scheiß. Jaffa, mach keinen Scheiß, Bruder. Warte, warte. Jaffa, chill jetzt. Chill, komm kurz runter. Die Jungs sind weg. Wir müssen jetzt einen guten Deal. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass hier noch einen, dass sie einen zurückgelassen haben. Als Aufpasser. Ihr müsst aufpassen, Jungs. Es sind zu viele. Hört auf mit denen. Ich weiß, ich weiß. Hört zu. Deswegen machen wir jetzt folgendes. Jaffa, du machst Scheiße. Lass ihn kurz, lass ihn kurz frei. Lass ihn kurz frei. Jaffa, lass mich frei. Bitte, bevor was passiert. Okay, pass auf, Jaffa. Jetzt stellst du dich da an die Wand und Jürgen kommt neben mich. Er kommt genau neben mich. Komm genau rechts zu mir. Genau, okay. Jürgen, jetzt brauch ich, äh... Jaffa, nicht zu weit, Bruder. Sonst knallen die dich ab. Genau. Jetzt brauch ich eine Nummer. Jetzt muss ich irgendjemanden kontaktieren, Bruder. Gib ihm kurz Handy, Bruder, Jaffa. Gib ihm jetzt Handy. Jetzt kommt runter, Jungs. Wir dürfen hier jetzt nicht eskalieren. Das wird alles gut laufen. Jungs, ich geb dir die Nummer, schreib auf. Wie heißt der? Der heißt Johnny. Johnny, okay, warte. Warte. Johnny, Johnny, äh... Spitznamen, ich brauch einen Johnny. Ich kenn noch einen Johnny. Johnny. Jonathan. Jonathan. Johnny, Jonathan. Okay, Nummer? 0, 1. 0, 1. 1, 5. 1, 5. 2, 2. Mhm. 5, 2, 1. Nimm das Handy wieder zurück. Okay. Jaffa, du bist echt das Letzte. Ja. Das Letzte bist du, Jaffa. Das Letzte bist du, Jaffa, das Letzte. As-salamu alaikum. Al-Aq-Salam. Hör mal zu. Ich will 2 Millionen Dollar. 2? 2 Millionen? 2 Millionen? Ich hab noch nie in meinem Leben 100.000 gehabt. Okay, eine Million. Eine Million Dollar will ich. Was für eine Million Land? Hör mal zu. Jungs, ihr macht einen riesigen Fehler. Vertraut mir. Jetzt habt ihr noch die Chance. Auch Fettsack, du hast auch noch die Chance zu gehen. Wie viel, wie viel? Ich brauche einen Beweis. Fishback hab ich gesagt. Jürgen, du brauchst einen Beweis, dass Jürgen lebt. Okay, Moment. Warte. Jürgen, bleib hier. Warte, 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 warte. Bleib stehen, Jürgen. Warte. Guck mal, der macht Mora. Hör auf, Jungs, bitte. Hier, hier ist Jürgen. Der lebt noch. Bitte, hör auf, Jungs. Siehste? Hör auf zu zittern, Jürgen. Jürgen. Hör auf zu zittern. Hör auf. Ja, jetzt zittert. Der hat ein bisschen Angst, Bro. Aber das passt schon. Der ist hier mit mir. Bruder, pass auf. Eine Million Dollar, okay? In Scheinen. Nein, in Münzen. Eine Million Dollar in Münzen. In Münzen, okay. Ja, in Münzen. Wo soll er das bringen? Bei mir in Standort. Wo sollen wir Standort machen, Jungs? Wo sollen wir... Ich hab mir gesagt, du komm. Vor... Nein, ja, du... Vor... Warte, hast du das Geld? Ich hab das Geld. Ich sieb ab und dann komm ich. Jungs, die Jungs haben das Geld, aber nicht in Münzen. Hast du eine Million? Er sagt, er hat das Geld. Ich dachte, ihr habt nicht eine Million. Wollt ihr mich fragen? Jürgen, willst du mich fragen? Wir haben drei, vier Millionen. Jungs, aber... Zwei Millionen, was ist das? Jungs, ihr macht einen riesigen Fehler. Okay, pass auf. Wir machen es anders. Die Sache ist geklärt. Wir machen es anders. Wir machen anders. Ihr hinterlasst, ihr hinterlasst Jaffa seine Schulden und ich lasse Jürgen frei. Und ich will... 10.000 Dollar. Hä? Für die Zeit, die wir hier waren. Wir lassen jemand frei. Kein Geld. Mach mal Facetime auf. Soll Facetime anmachen? Ja. Ich möchte sehen, mit wem ich hier rede. Jungs, mach doch keinen Scheiß. Alter, Scheiße, bist du hässlich, Alter. Aber okay, mach wieder weg. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo der ist. Er ist hier in der Nähe. Er ist genau da hinten. Er ist genau da hinten. Das war nur eine Taktik von mir. You know. 100er IQ. Okay, pass auf. Pass auf. Wir machen, wir machen so. Wir machen so. Ich lasse jetzt Jürgen am Leben. Okay, wenn ihr hier nicht einmischt. Okay, wir machen das ganz easy. Wir machen das ganz locker. Passt auf. Ich will 150.000 Dollar in Münzen und in Schein. Hälfte, Hälfte. Das müssen zwei Koffer sein. Sag mal nochmal, wie viel willst du? Jungs, Red Light Chapter können wir vielleicht. 10.000 Dollar. 10.000 Dollar. Genau. 10.000 Dollar in Münzen. Also 5.000 in Schein und 5.000 in Münzen. Okay? Okay. Und ich will vom Lucky Burger ist noch zwei Burger. Ich habe Hunger. Was willst du auf dem Burger drauf haben? Kein Ketchup. Und wenn es geht auch keine Tomate. Ja, Tomaten will ich auch nicht. Baro, ich habe eine Frage. Ja? Wie viel ist dein Urus wert? Das sieht ziemlich schön von drin aus. Die Fägen sind auch gut aus. Du blöffst doch. Ich blöff. Sie haben etwas von deinem Urus von innen und ich sage dir alles. Lass mich doch einfach gehen, Jungs. Mach, mach FaceTime. Mach FaceTime. Zeig mir einen FaceTime. Lass mich doch einfach gehen. Faro, zeig ihn das hier. Zeig ihn das hier. Zeig mir, dass du mein Urus siehst. Bitte. Halt auf mit sowas. Ich sehe nicht, es ist Black Screen. Halt doch auf, Jungs. Bitte. Yes. Black Screen. Ja, wenn du hängst kaputt, hast du kein Geld für ein Kumpel? Mach mal, mach mal nochmal weg und dann nochmal. Nein, ich sage dir nur sein Urus. Hier. Ist dein Urus. Steht mir, oder? Ist wieder Black Screen. Ah, ja, ja, ja. Da ist mein Urus. Ja. Ja, Bruder. Der ist auf... Okay. Wenn du mein Urus schrottest, dann will ich 1,364 Millionen. Ja, du gehst mir, Jürgen, und ich gebe dir dein Auto. Nee, mein Auto habe ich ja mal. 1,43 Millionen will ich. Ja, das ist fair. Nee, okay. Okay, okay, pass auf. Wir machen so. Wir machen so. Jungs, lass mich doch einfach gehen. Halt deine Fresse, Jürgen. Ey, ey, ich fahre mit dem Urus. Okay, pass auf, wir machen so. Ey, 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 ey. Wir treffen uns bei... Du weißt doch, wo Casino ist. Da gibt es doch hinten einen Parkplatz. Ich will niemals die blonde Haare. Wir treffen uns da. 10.000 Dollar in Bar. Und mein Urus lässt er jetzt da. Und meine Schulden sind weg. Und die Schulden von Jaffa sind weg. Und die entführen mich nicht, machen keine Faxen mehr. Und ihr entführt ihn nicht und macht keine Faxen mehr. Die Schulden... 10.000, ich helde dich. Okay. 10.000 Dollar. Die Schulden entlassen und wir bringen Jürgen. Okay. Okay, bis gleich. Gleich. Oder ich habe den Deal des Deals gemacht, Jungs. Wallah, das war der beste Deal. Nicht mal... Sonny Black hatte so einen guten Deal. Ey, Pfarod, Bruder, du hast Frieden gebracht. Frieden, das ist noch wichtiger. Ja, wir bringen jetzt Jürgen dahin. Komm, Jürgen, mein Freund. Komm, Jürgen. Jürgen, Bruder, alles gut. Und ich bekomme noch einen Burger. Jaffa, alles gut, Bruder. Ich habe alles gerettet. Wo ist Fisch, Mick? Boah, danke schön, Bruder, ja. Wo ist aber Fisch hier? Keine Ahnung. Ich ist unterwegs, halt. Ah, Bruder. Ui, ihr könnt die Kurve jetzt noch kriegen, Jungs, glaubt mir. Ja, wir kriegen die Kurve, wir kriegen die Kurve. Nein, ihr habt einen sehr großen Fehler gemacht. Nein, nein, Bruder, nein, Bruder. Wir haben jetzt gut gedealt. Nein, 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 nein. Glaubt mir, was für gedealt. 2.000.000, 3.000.000, was sind wir hier beim Klammern, oder? Nein, nein, 10.000 Dollar und Jaffa seine Schulden sind entlassen. Äh, Jaffa, nimm meinen Schwitzkasten, dass die hier keine Faxen schieben. Jürgen, bleib mal bitte stehen. Ich bin doch kein Stück Scheiße. Was macht ihr denn hier? Ey, Jaffa. Jaffa, du machst einen sehr großen. Wir bringen Frieden, Jürgen. Ja, mal zu, du machst einen sehr, sehr. Für euch nicht mehr. Siehst du, Frau Hundeck droht mich schon wieder, Alter. Was will ich denn mit dem machen? Dann droht mir die ganze Zeit, Alter. Ich hab dir gesagt, lass mich doch gehen und die Sache ist gegessen. Jaffa, alles wegen dir, Bruder, Jaffa. Du hast mich gefickt, Jaffa. Nein, Frau Hundeck, ich schwöre, der will mich weggehen. Er wollte gerade, er wollte dich angreifen und fisch mich noch. Ich wollte niemanden angreifen. Ich wollte keinen Frau Hunde angreifen. Ich wollte keinen Fischmann angreifen. Oder wegen dir hab ich jetzt Stress mit den Jungs, man. Weißt du was? Boah, da kommt einer, glaub ich. Die Jungs machen nix, die machen nix. Sie sehen doch, was hier passiert. Scheiße, ich bleib hier in der Ecke, hol mal Auto, bitte. Nein, 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 du musst mit. Du bist unser Joker, Bruder, komm mit. Bruder, ja, ich meine... Ja, Jaffa ist gut, halt. Ey, lass mich mit Jürgen irgendwo erst mal allein, bis du Sachen bekommst und deren Versprechen und dann geben wir... Nee, nee, wir gehen so zu dritt, wir gehen so zu dritt. Jaffa, mach doch keinen Scheiß. Jaffa, das ist alles deine Schuld. Du und deine... Amigo, Amigo. Pack den ein, Amigo. Fick ich den Amigo. Der ist Vergangenheit, Jürgen. Jaffa, also ich sagte ehrlich, Jaffa, ein bisschen hat er da schon recht. Das ist echt deine Schuld. Jaffa, 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 scheiße, Mann, warum bin ich mir? Warum bin ich mir warm? Amigo, Amigo, ich muss dich lagen, Amigo. Wollt ihr mich verbrennen mit seinem Amigo? Hätt ich dir mal Kuffluss gegeben, leid? Aber wir haben dich gehen lassen, Jürgen. Hör mal zu, ich muss zu blasen. Wie, Wette war falsch? Ich höre... Jungs, macht einen großen Fehler, glaub mir. Einen sehr großen Fehler. Ich glaub, Bullen kommen. Was für Bullen? Denkst du, die Kosex rufen Bullen, oder was, du Vogel? Nee, da kommt ein Krankenwagen. Macht keinen Rimmings. Krankenwagen vielleicht, ja, aber keine Bullen. Was ist denn ein Krankenwagen hier? Da ist ein Krankenwagen, ja. Hey, Jaffa. Soll ich nicht stehen bleiben, bis du Auto holst? Jaffa, du machst einen... Nein, nein, sonst nehmen die mich als Geisel. Komm mit. Das ist dir ein Fehler, Jaffa. Alles deine Schuld. Ey, Farod, weißt du, was er gemacht hat? Was denn? Weißt du, wegen was? Weil er dachte, jemand will sein Auto klauen, wollte er mich umbringen. Der wollte mein Auto klauen. Keiner nimmt mir mein Baby weg, Alter. Hör mal zu, ihr lügt. Dein Auto wird doch gerade geklaut. Ja, nee. Was laberst du? Dein Auto wird gerade geklaut. Ja, das hab ich aber nicht gesehen. Und Fischmeck, was machst du überhaupt? Hey, was für eine Rechnung, Bruder? Ja, ja. Fischmeck, ist klar, Freunde. Ja, ja, ja. Wie sind wir? Wie? Sag mir, wie sind wir Freunde? Fischmeck, du weißt, wo, ne? Nein. Wenn du willst, steig bei uns ein. Steig bei uns ein. Nein, nein, nein. Ich steige alleine. Ich steige alleine. Warte, ich hab gerade eine Nachricht. Halte mal eine Waffe an seinen Kopf. Ah, der hat mir ein GPS geschickt. Halt die unten ein bisschen. Okay. Einen, Sascha, einen. Bruder, ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Ich auch. Dass die auch von irgendwo aus einer Ecke kommen, Bruder. Weißt du, was ich mein? Halt die mal die Knarre weiter an Jürgen seinen Kopf. Hey, hey. Mach ich mal nicht. Ja? Ja? Hintons fährt ein Bike. Okay. Er verfolgt uns. Was machen wir mit denen jetzt? Alles gut, Bruder. Wir dealen, wir dealen. Ich hab, ich hab gute Idee. Ich hab jetzt eine gute Idee. Aber nicht, dass die uns einpacken die Tage, Alter. Ja, das kann passieren, Bruder. Wir müssen doch deren Wort haben. Danke, Genie, Bruder. Ja, freut mich. Ich hab jetzt endlich auch gescheite Grafikkarte, Bro, mit Grafikmod und so, weißt du? Wurde mal Zeit. Dein Wort hatte ich auch. Was ist am Ende passiert? Jürgen, ganz kurze Frage. Meinst du, meinst du, äh, wenn wir, wenn wir dich gehen lassen, dass die Jungs uns dann auch in Ruhe lassen, oder? Ich sage dir eine Sache, Farut. Jetzt könnt ihr die Kurve noch kriegen. Lasst mich einfach gehen, oder? Warte, 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 warte. Hast du gesehen? Ich hab die Kurve gekriegt. Mhm. Glauben wir einfach, Jungs. Ihr habt ein riesiges... Guck mal, der Jaffa hat alles... Hör mal zu, Farut. Du bist ein guter Mann. Aber dieser Jaffa ist sehr hinterhältig. Guck, er sagt sogar... Sag nichts gegen meinen Cousin. Okay, warte, warte, Jonathan ruf mich an. Yo, yo, Jonathan. Äh, ich bin jetzt gleich da, Jonathan. Wo seid ihr? Okay, ich komm jetzt... Aber ich geh nicht ins Casino, Bruder. Komm nach hinten. Komm, nein, Bruder. Ich kann nicht ins Casino. Komm, hinter Casino. Hinter Casino, verdammte Scheiße. Hallo? Yo. Bruder, lass hinter Casino. Ja, bin ich doch, verdammte Scheiße. Bruder, aber schau mal. Da gibt's einen Eingang und dann gibt's noch eins da hinten. Ich will genau hinten, okay? Ja, komm her. Du weißt aber, wo ich mein, ne? Also nicht bei diesem Eingang, sondern da hinten. Arud, ich bin nicht so dumm wie du. Komm her. Willst du mir... Er hat aufgelegt. Ich glaub, ich knall jetzt Jürgen einfach ab. Ich denke, die macht... Ey, 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 ey. Mach keinen Scheiß, Jungs. Spaß. Jaffa, geh jetzt als Fahrer. Pass auf. Jaffa, ich ruf dich an, wenn was sein soll. Oh, Scheiße, da sind welche. Jaffa, steig aus. Jaffa, steig aus. Steig aus. Steig ein. Steig ein, steig ein. Ich hab's euch gesagt, Jungs. Macht keinen Ärger. Es sind zu viele. Ey, ich kenn den Dicken gar nicht. Das ist doch euer. Okay, hinter uns auch noch ein Auto. Merk, ich küsse deinen Erz, Bruder. Aleküm Salam, Jano. Wie geht's dir, Bruder Erz? Jürgen, ich glaub, die scheißen auf dich, Alter. Die wollen gar nicht handeln. Doch, hinter uns. Hinter uns ist ein Auto, hinter uns. Und zwar folgt ein Auto. Ey, bitte, Fahrud, bitte. Fahrud, bitte. Lasst mich doch einfach gehen, Fahrud. Mach doch keinen Scheiß, Fahrud. Bruder, so einfach geht das nicht mehr. Jetzt sitzt du in der Scheiße, Bruder. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen, Jürgen. Fahrud, da dauern mit so einem Scheiß. Schaffa, ist alles deine Schuld. Was kommt davon, Jürgen? Wenn du mir jetzt mit einer Uzi vorgesichtest und mich ficken willst, Alter. Was für eine Uzi. Gehltest du von Moduzi? Ja, dein Lieblingsteil, was du immer dabei hast. Ah, das denkst du von mir, Jürgen? Okay, wir haben die abgehängt. Warte. Ähm. Pass auf. Erdolo, danke schön, Bruder. Ja. Zu deinem voraus, Abujano. Ich küss deine Augen, Habibi. Danke schön. Wir machen es jetzt so. Äh. Ich fahr da jetzt hin. Jürgen, du wartest hier mit Jaffa, okay? Chillt mal kurz ein bisschen hier und so und dann melde ich mich bei euch. Okay? Okay. Alles klar, bis gleich. Steigt aus hier, Salemi. Ey, nein, nein. Warte, warte. Fahr du mit Fishmake oder so. Fishmake, sollen wir zu zweit fahren? Nee, ich bleib hier am besten. Okay, dann fahr ich kurz. Dann pass auf die auf, ich bin gleich da. Komm mit, Jürgen, komm. Diese Pisser, die waren letztens auch frech. Ich bin kurz im Drive-In stehen geblieben. Ich hab mir was zu essen geholt. Das ist ein Problem. Ah, alles gut. Okay, würde ich auch sagen, dass alles gut ist. Ich geh zum Casino, äh, Casino rein, okay? Hinter Casino. Ja, genau. Casino rein. Warum Casino rein? Du hast doch gesagt, hinten. Hinter Casino komm ich jetzt. Bis gleich. Wieso geht der nicht ran? Jaffa. Ey, weißt du, was passiert ist? Was denn? Du darfst ihm aber nichts sagen. Okay, so. Der hat mich zusammengeschlagen, Alter. Ist abgehauen. Ich sag, bleib stehen, der bleibt nicht stehen. Dann hab ich ihn abgeknallt. Nein! Ja, was soll ich machen, Mann? Nein! Wir können sagen, wir lassen ihn laufen. Und, äh, nehmt die Sache und sagt, wir haben ihn laufen lassen. Und ich hab Jürgen versteckt hier. Bruder, du hast Jürgen abgeknallt? Ja, er hat mich zusammengeschlagen. Ist abgehauen, Mann. Was soll ich machen? Bruder, Jaffa, was hast du ge... Bruder, du hast uns gefickt. Jaffa, du hast uns gefickt. Ich bin nervös, Mann. Jaffa, du hast uns... Jaffa! Jaffa! Bruder, wegen dir bin ich immer in der Scheiße, Bruder. Was soll ich jetzt machen? Ja, sie sagt, wir haben Jürgen freigelassen. Die sollen ihre Versprechen einhalten. Und wir sagen nicht, dass was passiert ist. Jürgen versteck ich irgendwo ungewischt. Okay, okay, so machen wir es. Ja, okay, bis gleich, Jaffa. Bruder, warum hast du... Ich bin gleich da, bis gleich. Ja. Also manchmal, da denke ich mir echt, was habe ich für einen Cousin, Alter. Knallt ihr den einfach ab, Mama. Soll ich jetzt... Oh, scheiße, da ist einer von denen. Scheiße, da ist einer von denen. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Jetzt kommt es auf deinen Fahrsteel an, Farod.